Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich zum zweiten Tag unseres Symposiums Gefühlte Demokratie, die Weimarer Erfahrung im 20. und 21. Jahrhundert begrüßen. Nachdem wir gestern zunächst auf die Erwartungen, also die Hoffnungen, Träume, Visionen geschaut haben und anschließend dann uns den Gefährdungen, also sprich den Ängsten, den Überforderungen, Enttäuschungen gewidmet haben, wird es heute Vormittag in der dritten Sektion um Anfeindungen gehen, um Feindseligkeiten, dem Hass und die Gewalt. Wir haben gestern gehört, wie sehr sich in der Weimarer Republik die Erwartungen der Zeitgenossen immer mehr von den gemachten Erfahrungen entfernten. Dies betraf etwa die Verfassungskultur, politische Veränderungen, wirtschaftliche Partizipationsmöglichkeiten, die Hoffnung, entsprechende zu erhalten. Hetze und Hass gehörten schon bald zum strategischen Kalkül der DemokratiegegnerInnen. Die Weimarer Republik war tief gezeichnet von menschlichen Grundemotionen wie Angst und Hass. In zahlreichen Studien ist bereits dargelegt worden, wie sehr eben politische Gewalt die erste deutsche Demokratie dominiert hatte. Heute ist nun nach den Ausformungen und Kontinuitätslinien von Antisemitismus, politischer Hetze und Terror im 20. und 21. Jahrhundert zu fragen. Dabei ist von Interesse, wann Anfeindungen und Hass in Bedrohung und Mord umschlagen. Die jüngere Gewaltsoziologie geht etwa davon aus, dass bei Gewalthandlungen nicht zuletzt die konkrete Situation einer hohen Relevanz zukommt. Ob es zu Gewalthandeln kommt, ist abhängig, so ein Erklärungsansatz von ihrer emotionalen Dynamik. Diese Dynamik wird wiederum von einer Vielzahl von Faktoren geprägt. Damit auch von den TäterInnen, Opfern, von den Zuschauenden, von den Medien und vielen mehr. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir für die Sektion mit Carola Dietze, Hanna Ahlheim und Silke Fehlemann drei Referentinnen gewonnen haben, die bereits intensiv zu Themen wie Anfeindung, Extremismus, Terrorismus und Gewalt wissenschaftlich gearbeitet haben. Wir wollen auch heute wieder die ersten drei Vorträge hören und diese dann anschließend diskutieren. Entsprechend werde ich vorab die Referentin kurz vorstellen. Ich beginne entsprechend der Reihung der Vorträge. Als erste hören wir Carola Dietze mit einem Vortrag Ehre, wem Ehre gebührt, Attentate der Weimarer Republik in Erinnerung und öffentlichen Debatten nach 1945. Frau Dietze ist Professorin für neuere Geschichte an der Universität Jena. Sie forscht unter anderem zur Geschichte des Terrorismus, der Sicherheit und der Medien. Sie habilitierte sich mit einer Studie, die nennen den Titel, die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA 858 bis 1866 an der Universität Gießen. Diese Studie wurde auch bereits ins Englische übersetzt. Eine russische Übersetzung erscheint in diesem Jahr. Promoviert wurde Frau Dietze an der Universität Göttingen mit der vom HistorikerInnenverband ausgezeichneten Arbeit Nachgeholtes Leben Helmut Plessner 1892 bis 1985 erwähne ich hier, weil wir ja auch gestern kurz über Herrn Plessner gesprochen haben. Ich hatte hier kurz die Erwähnung gefunden. Neben mehreren Aussätzen zum Terrorismus und Extremismus, wie etwa der Beitrag Ein blinder Fleck zur relativen Vernachlässigung des Rechtsextremismus in der Geschichtswissenschaft, ist mit Blick auf das heutige Thema vor allem auch das Oxford Handbook of History of Terrorism hervorzuheben, das sie mit herausgegeben hat. Kommen wir zur zweiten Referentin, Hanna Ahlheim. Der Titel ihres Vortrages lautet Die Macht der Vorurteile. Antisemitistische Fantasien, Parolen und Aktionen in der deutschen Gesellschaft. Hanna Ahlheim ist Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Gießen. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in der Geschichte des Nationalsozialismus und des Antisemitismus und der deutsch-jüdischen Geschichte. Frau Ahlheim hat sich an der Universität Göttingen mit der Studie, mit einer sehr innovativen Studie, habilitiert mit dem Titel Der Traum vom Schlaf. Wissen, Optimierungsfantasien und Widerständigkeit. Für den heutigen Vortrag ist sie aber das Thema ihrer Dissertationen relevanter. Frau Ahlheim wurde an der Universität Bochum promoviert mit der Arbeit Deutsche kauft nicht bei Juden. Antisemitismus und politischer Boykott in Deutschland von 1924 bis 1935. Diese Publikation liegt mittlerweile auch schon in der zweiten Auflage vor. Aus diesem Themenfeld sind mehrere Aufsätze publiziert worden. Und ich möchte auch noch einen Sammelband hier nennen, der sicherlich auch ganz spannend ist in unserem heutigen Zusammenhang. Gewalt, Zurichtung, Befreiung, individuelle Ausnahmezustände im 20. Jahrhundert. Als dritte Referentin haben wir Silke Fehlemann gewinnen können. Sie trägt vor zu dem Thema Kontinuitäten der Kränkung. Hetze gegen Politiker und PolitikerInnen im 20. und 21. Jahrhundert. Silke Fehlemann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neue und Neueste Geschichte an der TU Dresden und am SFB Invektivität. Sie arbeitet zu Themen wie Familie im Ersten Weltkrieg, Hass und Hetze in der Weimarer Republik und zum Beispiel Psychiatrie nach 1945. Frau Fehlemann hat sich an der Universität Düsseldorf habilitiert mit der Arbeit Prostlose Zeiten, weibliche Angehörige im Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit. Promoviert wurde Frau Fehlemann mit einer Studie zur Geschichte des Sozialstaates. Ich finde, das ist so ein Dauerbrenner, den sie da in ihrer Dissertation bearbeitet hat. Armutsrisiko, Mutterschaft, Mütter- und Säuglingsfürsorge im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Will ich deswegen auch nochmal nennen, weil dieses Thema ist ja heute auch noch sehr virulent. Auf einen Aussatz aus ihrer Feder möchte ich noch besonders hinweisen. Und da ja auch für den heutigen Tag, für das heutige Thema sehr relevant ist, mit allen Sinnen hassen, sensorische Mobilisierung in der Weimarer Republik. Damit soll aber der Vorrede genug sein. Ich denke, wir sind neugierig auf die Vorträge. Und damit, Carola, bitteschön, du hast das Wort. Applaus Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Und ich freue mich, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und möchte beginnen mit dem Titel Ehre, wem Ehre gebührt. Attentate der Weimarer Jahre in Erinnerung und öffentlicher Debatte nach 1945. Berlin, 15. Januar 1919. Ohne jeden Auftrag holten fünf Mitglieder einer Wilmersdorfer Bürgerwehr am Abend erst Karl Liebknecht und dann Rosa Luxemburg aus einer Wohnung in der Mannheimer Straße 43. Nacheinander brachten sie erst Liebknecht, dann Luxemburg mit einem Auto zunächst zu einer Schule und dann weiter ins Hotel Eden am Kurfürstendamm, heute Budapester Straße. Dort hatte Waldemar Papst mit den ehemaligen Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützen-Division sein Hauptquartier aufgeschlagen. Gegen 21.30 Uhr übergaben die fünf Mitglieder der Bürgerwehr Karl Liebknecht an die ehemaligen Garde-Soldaten. Damit lösten sie unter Mannschaften, Offizieren und Gästen im Hotel Pogromstimmung aus. Die Angehörigen der Bürgerwehr erhielten je 1700 Mark ausbezahlt und Liebknecht wurde in die erste Etage zu Papst geführt. Der identifizierte ihn und beriet sich dann seinem Adjutanten. Anschließend forderte er ein Kommando von sechs Freiwilligen an und etwa um 22.45 Uhr führte dieses Kommando Liebknecht durch einen Seiteneingang aus dem Hotel und in ein Auto. Ein Mann schlug ihn den Kolben seines Gewehrs auf den Kopf, ein anderer mit der Faust ins Gesicht. Liebknecht blutete heftig. Dann fuhren die ehemaligen Garde-Soldaten, die alle das Garde-Maß von 1,90 Meter erfüllten, ihn zum Tiergarten. Dort fingierten sie eine Autopanne, forderten Liebknecht auf, zu Fuß weiter zu gehen und begleiteten ihn dabei. Nach wenigen Metern erschossen sie Liebknecht von hinten aus nächster Nähe. Den Leichnam lieferten sie als unbekannten Toten bei einer Rettungswache ein, die dem Hotel gegenüber lag. Dann erstatteten sie bei Waldemar Papst Meldung über die erfolgreiche Ausführung ihres Auftrags. Ähnlich erging es auch Rosa Luxemburg, die ebenfalls von den Mitgliedern der Bürgerwehr in das Hotel Eden gebracht worden war. Als sie um 23.40 Uhr aus der Glasdrehtür des Haupteingangs herausgetreten war, erhielt sie zwei Schläge mit dem Gewehrkolben auf den Kopf und fiel bewusstlos zu Boden. Dabei verlor sie einen Schuh, den einer der ehemaligen Gardesoldaten als Trophäe einsteckte. Die Männer warfen sie in ein Auto ohne Verdeck. Sie wurde geschlagen und nachdem sich das Auto etwa 40 Meter vom Hotel entfernt hatte, schoss ihr ein auf das Trittbrett aufgesprungener Soldat als vermeintlicher Unbekannter aus der Menge direkt in den Kopf. Das Kommando warf die Leiche in den Landwehrkanal und kehrte dann ins Hotel Eden zurück, wo es Papst wiederum Vollzug meldete. Alle Beteiligten vereinbarten, Stillschweigen zu bewahren. Diese Darstellung des Hergangs beruht auf der Rekonstruktion, die Klaus Gietinger geleistet hat. Es war die Zeit der Entscheidungen, wie der Historiker Detlef Polk hat, den Zeitraum vom Sieg der Revolution in Berlin am 9. November 1918 bis zur Wahl der Nationalversammlung am 19. Januar 1919 genannt hat. Nachdem Ende Oktober die Matrosen in Wilhelmshaven den Befehl zu einer erneuten Angriffspfad der Kriegsflotte verweigert hatten und ein Matrosenaufstand in Kiel ausgebrochen war, ergriffen in den meisten deutschen Städten, zumeist mit wenig Blutvergießen, Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Am 9. November erreichte die Revolution auch Berlin. In Reaktion auf die Demonstrationszüge, denen sich die Soldaten anschlossen, publizierte Reichskanzler Prinz Max von Baden die Abdankung des Kaisers und übergab sein Amt an den Führer der Mehrheitssozialdemokratie Friedrich Ebert. Philipp Scheidemann proklamierte aus einem Fenster des Reichstagsgebäudes, die Republik und Vertreter der Mehrheit sowie auch der unabhängigen Sozialdemokraten bildeten gemeinsam den Rat der Volksbeauftragten. Die 3.000 gewählten Delegierten der Berliner Arbeiter und Soldaten, die am 10. November zusammenkamen, feierten diesen Schulterschluss mit begeistertem Beifall. Jedoch hatte keiner der politischen Akteure mit einem so plötzlichen Zusammenbruch des Kaiserreichs gerechnet. Niemand war auf die Übernahme der Macht vorbereitet und die Visionen für die politische Zukunft gingen weit auseinander. Dies traf auch für die Mehrheits- und die unabhängigen Sozialdemokraten zu, sowie für ihren linken Flügel die Spartakus-Gruppe um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Sie traten für eine mit Sowjetrussland verbundene Rätedemokratie in Deutschland ein. Mit dieser Forderung waren sie eine kleine Splittergruppe, die selbst in den Räten kaum vertreten war. Doch umso stärker war die Agitation, die sie entfalteten. Waldemar Papst hatte in Zivil Versammlungen besucht, bei denen Karl Liebknecht sprach. Die Nachricht von der Revolution hatte den Offizier der elitären Garde-Kavalerie-Schützendivision im Einsatz an der Westfront erreicht. Umgehend war er mit seinen Soldaten in Eilmärschen nach Berlin gekommen, um dort mit, Zitat, der Herrschaft der Minderwertigen aufzuräumen, wie er 1934 dann in einem Aufsatz schrieb. Beim Besuch der Versammlungen mit Liebknecht kam er zu der Überzeugung, dass die Spartakisten seine gefährlichsten Gegner seien. In dieser Überzeugung wurde er noch bestärkt, als einer seiner eigenen Offiziere ihn bat, Rosa Luxemburg zur Garde-Division sprechen zu lassen. Der Offizier, ein katholischer Adliger, wie Papst später in seinen unveröffentlichten Memoiren notierte, hatte Luxemburg Sprechen hören und, Zitat, hielt sie für eine Heilige, einen neuen Messias mit ausgeprägtem Sendungsbewusstsein, Zitat, in diesem Augenblick erkannte ich die Gefährlichkeit der Frau Luxemburg. Sie war gefährlicher als alle anderen, auch die mit Waffe, so Papst. Und er beschloss, Rosa Luxemburg zu beseitigen. Die Gelegenheit dazu kam, als sich am Neujahrstag 1919 die äußerste Linke als eigenständige Partei organisierte, am 5. Januar den sogenannten Januaraufstand ausrief und die Regierung Ebert Scheidemann für abgesetzt erklärte. Die Liste der Attentate, die im Interbellum zunächst gegen Vertreter der Revolution und dann gegen Repräsentanten der Republik gerichtet wurden, ist lang. Wie lang genau, lässt sich gar nicht sagen. Der erste Ministerpräsident der Bayerischen Republik, Kurt Eisner, den ein ehemaliger Offizier am 21. Februar 1919 auf dem Weg zum Bayerischen Landtag erschoss. Der Reichsfinanzminister Matthias Erzberger, den zwei Angehörige der Organisation Konsul am 26. August 1921 auf einem Spaziergang im Schwarzwald erschossen. Der Außenminister Walter Rathenau, der am 24. Juni 1922 ebenfalls von Angehörigen der Organisation Konsul auf dem Weg ins Auswärtige Amt ermordet wurde. Der Journalist Maximilian Harden, auf dem Freikorps Anhänger am 3. Juli 1922 ein Attentat verübten. Oder der schon genannte Philipp Scheidemann, der die Republik ausgerufen hatte, später zum Kasseler Bürgermeister gewählt wurde und auf den die Organisation Konsul am 4. Juni 1922 einen Anschlag mit Blausäure verübte. Er überlebte durch einen glücklichen Zufall. Aber die Liste umfasst auch weitere Personen, die nie ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten waren, wie die 15 Arbeiter, die 1920 von Marburger Studenten gefangen genommen und erschossen wurden. Morde, die als Morde von Mächterstedt in die Geschichte eingegangen sind. Des Weiteren waren darunter Personen, die damals einer breiten Öffentlichkeit bekannt waren, heute dagegen nur noch wenigen ein Begriff sind. Wie zum Beispiel der erste Innenminister der Bayerischen Republik, Erhard Auer, auf den am 21. Februar 1919 im Bayerischen Landtag geschossen wurde. Der sozialdemokratische Politiker Hugo Hase. Der OSPD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Karl Gareis. Der KPD-Politiker und Angehörige der Hamburger Bürgerschaft, Ernst Henning, der am 14. März 1931 von SA-Männern ermordet wurde. Und zu diesem Kreis gehört auch der Pazifist Hans Pasche. Gerade weil Hans Pasche in der Zwischenkriegszeit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt war, heute jedoch nur noch wenige seinen Namen kennen, ist sein Beispiel für die Frage nach öffentlicher Diskussion und Erinnerung aufschlussreich. Erlauben Sie mir, erlauben Sie mir, ihn kurz vorzustellen. Pasche war 1905 als Marineoffizier in den Einsatz nach Deutsch-Ostafrika gegangen, das heutige Tansania, und hatte dort an der Niederschlagung des Magi-Madi-Aufstands mitgewirkt. Er kehrte als dekorierter Offizier aus dem Einsatz zurück, doch seine Erfahrungen ließen ihn auf Distanz gehen zum kolonialen Projekt. Er kehrte nach Deutschland zurück und lebte dort mit seiner Frau zurückgezogen auf Gutwaldschrieden in der Neumark, etwa zwei Autostunden nordöstlich von Frankfurt-Oder, und engagierte sich von dort aus in verschiedenen Reformbewegungen. In den Jahren 1912-13 publizierte Pasche unter dem Titel »Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland«, eine Schrift, die eins der beliebtesten Bücher der Jugendbewegung wurde. Ein Jahr später begann der Erste Weltkrieg. Der Pazifist Pasche meldete sich wieder zur Marine, um schon bald darauf zum Kritiker des Krieges zu werden und sich der Friedensbewegung anzuschließen. Aufgrund seiner Texte wurde er wegen Aufforderung zum Hochverrat und Landesverrat angeklagt und in Berlin eingesperrt. Im Zuge der Revolution jedoch noch am 9. November befreit, zum Reichstag gefahren und tags darauf in den Berliner Soldatenrat gewählt. Hier kämpfte Pasche, der der OSPD nahe stand, für die Aufklärung der Kriegsschuldfrage und einen wirklichen Schnitt gegenüber dem Kaiserreich. Als Anfang Dezember seine Frau starb, zog er sich wieder auf das Gutwaldfrieden zurück, um für seine vier Kinder zu sorgen. Gleichwohl wurde er am 21. Mai 1920 von Reichswehrsoldaten erschossen, als er mit seinen Kindern von einem nahegelegenen See zurückkehrte. Auf der Flucht erschossen, hieß die offizielle Begründung. Hinweise, dass es sich ähnlich wie bei den anderen Attentaten um Mord handelte, wurden nicht weiterverfolgt. In welcher Weise waren solche Attentate nun Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen und Debatten? Wie wurden diese Attentate erinnert? Und wie haben sich die Diskussionen um die Attentate und die Erinnerung an sie im Verlauf der Zeit gewandelt? Antworten auf diese Fragen haben sich mit den politischen Zäsuren und Systemen verändert. Schon in der Weimarer Republik und in der NS-Zeit, allemal dann im Zuge der politischen Verschiebungen innerhalb der alten Bundesrepublik und in der DDR, sowie nach der deutschen Wiedervereinigung. Die Geschichte links- und rechtsterroristischer Attentate spielte dabei eine wichtige Rolle. Ein spezielles Augenmerk muss deshalb den Verwerfungen der 1970er-Jahre gelten und der Frage, ob und inwiefern sich die öffentlichen Auseinandersetzungen in diesem Zeitraum gewandelt haben. Das alles kann hier aufgrund der begrenzten Zeit nur beispielhaft und in Umrissen geschehen. Dabei möchte ich folgende Thesen zur Diskussion stellen. Erstens, es ist unbestritten, dass der Rechtsterrorismus in der alten und neuen Bundesrepublik weitaus weniger Aufmerksamkeit erhalten hat als andere Formen des Terrorismus, beispielsweise verglichen mit den terroristischen Gewalttaten der Rote Armee Fraktion und der sogenannten Bewegung 2. Juni. Auch die Opfer rechtsterroristischer Gewalt haben vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit und Empathie und Unterstützung erhalten. Die relative Vernachlässigung des Rechtsterrorismus gilt im Grundsatz auch für die Attentate der Zwischenkriegszeit. Zweitens, im Rahmen dieser Grundtendenz einer relativen Vernachlässigung rechtsterroristischer Gewalt in der Zwischenkriegszeit lassen sich signifikante Unterschiede und Verschiebungen feststellen. Diese Unterschiede und Verschiebungen entsprechen denen, die wir auch für andere Bereiche der deutschen Intellektuellen und Mediengeschichte beobachten können. Es gilt, diese Unterschiede und Verschiebungen mit Blick auf die politischen und gesellschaftlichen Kontexte in den Blick zu nehmen, sie zu erklären und sie in die deutsche Medien, Intellektuellen und Gesellschaftsgeschichte zu integrieren. Dabei lassen sich drittens die entscheidenden Attacken thesenhaft wie folgt charakterisieren. Die Weimarer Republik war von intensiven öffentlichen Auseinandersetzungen um die gegenrevolutionären und republikfeindlichen Attentate geprägt. Denn bis 1933 ging es gerade den Demokraten darum, der rechtsterroristischen Gewalt, die Macht der, wie wir heute sagen, vierten Gewalt, also die Macht von Presse und Öffentlichkeit, entgegenzusetzen. Dies untersucht derzeit Lukas Gurdens als Doktorand an meiner Professor am Beispiel Julius Emil Gumbels. Die Zeit des Nationalsozialismus ist für die Geschichte der öffentlichen Auseinandersetzungen und Debatten um die Attentate der Zwischenkriegszeit von zentraler Bedeutung. Mit der Machtübergabe an die NSDAP 1933 wurde der Rechtsterrorismus den Gruppen wie die Organisation Konsul und Bewegungen wie die SA praktizierten zum staatlich organisierten und legitimierten Terror. Aufgrund von Gleichhaltung, Selbstgleichhaltung und Verfolgung war eine freie öffentliche Auseinandersetzung um die Attentate der Zwischenkriegszeit innerhalb Deutschlands nicht länger möglich. Mit dem Gang vieler Demokraten und Demokratinnen ins Exil verlagerten sich kritische Debatten ins Ausland. Das bedeutete jedoch nicht, dass innerhalb Deutschlands die Attentate der Zwischenkriegszeit kein Thema mehr gewesen wären. Denn im nationalsozialistischen Deutschland schrieben und sprachen jetzt gerade diejenigen mehr oder weniger offen, die diese Attentate begangen hatten und sich als Liquidatoren der Republik und Vorkämpfer des NS-Staats verstanden und präsentierten. Mit dem Ende des NS-Staats und der Kapitulation 1945 war ein Sprechen und Schreiben in einer solch vorbehaltlos-affirmativen Absicht nicht länger opportun. Dies heißt jedoch nicht, dass mit Gründung der Besatzungszonen und dann der Bundesrepublik und der DDR die Debatte um die Attentate der Zwischenkriegszeit verstummt wäre oder dass es zu einem Bruch bekommen wäre. Denn diejenigen, die sich an den Morden beteiligt hatten und oder sie gut hießen, konnten sich auf die Mitläuferfabrik, wie der Historiker Lutz Niethammer es genannt hat, verlassen. Sowie auch darauf, dass nur wenige Demokraten aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrten und auch darauf, dass die Logik ihres Denkens und Handelns aus der Zwischenkriegszeit in der Logik des Kalten Krieges seine Fortsetzung fand und damit auch Zustimmung und scheinbare Legitimation. Die kritische öffentliche Aufarbeitung der Attentate in der Bundesrepublik begann auf Impulse aus dem Exil hin in den 1950er Jahren und sie gewann an Einfluss mit dem Generationswechsel an den Hochschulen zu Beginn der 1960er Jahre. Die öffentliche Auseinandersetzung in den 1970er Jahren stellt nach dem, was ich bisher sagen kann, dagegen keine wirkliche Zäsur dar, sondern eine intensivierte Fortsetzung dieser Bemühungen um Aufarbeitung. Eine neue Qualität der öffentlichen Auseinandersetzung lässt sich erst wieder zu Beginn der 1990er Jahre beobachten und dann nach der Selbstenttarnung des NSU 2011, der Ermordung des Kassner Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlägen auf die Synagoge in Halle 2019, sowie nach den Anschlägen in Hanau 2020. Lassen Sie mich diese Thesen im Folgenden mit Hilfe einiger weniger Beispiele unterlegen. In der Weimarer Republik gab es intensive öffentliche Auseinandersetzungen um die gegenrevolutionären und republikfeindlichen Attentate. Der Historiker Martin Zabo hat das exemplarisch für die Reaktion auf die Ermordung Rathenaus gezeigt. Ich zitiere, Rathenaus' Tod löste, Zitat, eine Massenbewegung aus, wie sie die junge Republik noch nicht gesehen hatte. Millionen demonstrierten in den Tagen nach dem Anschlag gegen die unheimliche Gefahr, die die Republik aus dem Hinterhalt bedrohte. Im Reichstag klagte Reichskanzler Wirt die republikfeindliche Rechte an mit dem berühmt gewordenen Wort. Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind. Und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts. Das stenografische Protokoll hält die Reaktionen auf diesen Aufruf fest. Stürmischer, langanhaltender Beifall und Händeklatschen in der Mitte und links und auf den Tribünen. Große, langandauernde Bewegung. Sicher waren die Reaktionen auf die Ermordung Rathenaus außergewöhnlich. Doch auch auf andere rechtsterroristische Attentate gab es in der Weimarer Republik bemerkenswerte Reaktionen. So wies der Mathematiker Emil Julius Gumbel in seinem Buch Vier Jahre politischer Mord mit statistischen Methoden nach, dass die Weimarer Justiz auf dem rechten Auge blind war. Das Buch wurde ein Bestseller und erschien in vielen Auflagen ab 1927 mit einem Geleitwort von Albert Einstein. Auch kunstschaffende bezogen Stellung. Man denke an Käthe Kollwitz' Gedenkblatt für Karl Liebknecht aus dem Jahre 1920. Oder nehmen wir Hans Pasche als Beispiel. Zwei Wochen nach dem Attentat veröffentlichte Kurt Tucholsky in der Weltbühne ein Gedicht mit dem Titel Pasche, das wie folgt beginnt. Zitat, wieder einer. Das ist nun im Reich Gewohnheit schon. Es gilt ihnen gleich. So geht das alle, alle Tage. Hierzulande löst die soziale Frage ein Leutnant. Zehn Mann, Pazifist ist der Hund, schießt ihn nicht erst die Knochenbund, die Kugel ins Herz und die Dienststellen logen. Er hat sich seiner Verhaftung entzogen. Leitartikel, Dementi, Geschrei und in 14 Tagen ist alles vorbei. Damit wies Tucholsky zugleich auf die Grenzen der öffentlichen Auseinandersetzung. Zwar gab es eine breite Presseberichterstatte über die Attentate, die Suche nach den Tätern, die Gerichtsverfahren und anderes mehr. Doch das änderte nichts daran, dass die Demokratie ihre Befürworter nicht wirksam schützte und die antidemokratischen Attentäter kaum Konsequenzen zu befürchten hatten. Doch in Parsches Fall verhinderten seine Wegbegleiter, dass in 14 Tagen alles vorbei war. An seinem ersten Todestag zu Pfingsten 1921 trafen sich etwa 200 Jugendbewegter auf Burg Ludwigstein und weiten die Burglinde als Parsche-Linde. Otto Buchinger, Gründer der Buchinger Klinik in Bad Pyrmont, publizierte 1922 seine Erinnerungen an den Freund und zwei weitere Mitstreiter verfassten ebenfalls Biografien über Hans Parsche. Solche Formen der Erinnerung verschwanden jedoch mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933. Wie bereits der Historiker Alan Noftnagel für das Beispiel Hans Parsche festgestellt hat, brach das Vermächtnis ab. Gut Waldfrieden wurde verkauft, wechselte mehrfach die Besitzer, fand sich nach 1945 auf polnischem Staatsgebiet und wurde abgerissen. Parsches Bibliothek und sein Nachlass gingen verloren. Stattdessen erschienen bei achtlicher Zahl Erinnerungsliteratur der ehemaligen Freikorpskämpfer, wie der schon zitierte Text Spartakus von Waldemar Papst aus dem Jahre 1934, Wilfried von Löwenfels, das Freikorps Löwenfels von 1935, Eduard Stadtlass als Antibolschewist 1918-1919 oder Friedrich von Oertzens, die Deutschen Freikorps 1936. Ernst von Salomons, die Geächteten aus dem Jahre 1930 erfielen in hohen Auflagen. Inwiefern und auf welche Weise die Attentate von Demokraten im Exil weiterhin thematisiert wurden, bleibt zu untersuchen. Anders als die Erinnerung an die Opfer 1933 brach mit dem Ende des NS-Staates 1945 das Sprechen und Schreiben der Täter gerade nicht ab. Ein Beispiel dafür ist Ernst von Salomons Buch Der Fragebogen, das 1951 erschien und umgehend ein Bestseller wurde. Weitere Beispiele dafür sind ein Artikel Waldemar Papst, in dem er sich 1962 dazu bekannte, den Befehl zur Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gegeben zu haben. Ein Interview, das er im gleichen Jahr dem Spiegel gab. Sowie die juristischen Auseinandersetzungen um das Fernsehspiel zu Rosa Luxemburg, das Dieter Ertel, der damalige Leiter der Abteilung Dokumentarfilm im Süddeutschen Rundfunk 1966 im Auftrag des Senders zu produzieren begann. Im Zuge seiner Recherchen hatte Ertel auch Kontakt zu Papst aufgenommen und von ihm erfahren, dass es sich bei dem Freiwilligen, der vom Trittbrett des Autos aus den tödlichen Schuss auf Rosa Luxemburg abgegeben hatte, um Hermann W. Suchon handelte. Ertel nahm diese neue Information in seinen Film auf und kündigte dies in einer Pressekonferenz an. Daraufhin erwirkte Suchon im Dezember 1968 zunächst eine einstweilige Verfügung gegen den Süddeutschen Rundfunk und reichte dann 1969 Klage ein. Die gewann er bis 1971 durch zwei Instanzen hinweg, weil sich den Recherchen Klaus Gittingers zufolge Papst als Zeuge zurückzog und das Gericht sich auf die Prozesse aus der Weimarer Zeit stützte, die von Freunden und Kameraden Waldemar Papst durchgeführt worden waren und die ganz sicher nicht dazu hatten dienen sollen, die Tat aufzuklären. Im Gegenteil. Notabene, das war in den Jahren 1969 bis 1971. Allerdings handelte es sich bei solchen gerichtlichen Auseinandersetzungen bereits um Abwehrkämpfe. Abwehrkämpfe zwar, die die Attentäter offensiv führten, die aber doch illustrieren, dass erneut eine kritische Auseinandersetzung begonnen hatte und ihre affirmative Erinnerung inzwischen auf Widerspruch traf. Diese Auseinandersetzung erhielt entscheidende Impulse aus dem Exil. So von dem Remigranten und Sohn dieser Stadt, Helmut Plessner. Und es war Clemens von Klemperer, der im Widerstand gegen das Dritte Reich aktiv gewesen und nach der Pogromnacht 1938 in die USA geflohen war, der 1957 mit Germany's New Conservatism, its history and dilemma in the 20th century, eine erste Analyse zum Thema vorgelegt hatte, die unter anderem von den Immigranten Hajo Holborn und Sigmund Neumann betreut worden war und 1962 auch in deutscher Übersetzung erschien. Zu weiteren frühen kritischen Auseinandersetzungen gehören Kurt Hirschs Buch, Die Blutlinie, ein Beitrag zur Geschichte des Antikommunismus in Deutschland, 1960. Kurt Sondheimers Monografie, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, 1962. Die Studie des exilierten Historikers Francis L. Carsten, Reichswehr und Politik, 1918 bis 1933, aus dem Jahr 1964. Heinrich und Elisabeth Hannovers, Politische Justiz, 1918 bis 1933, 1966 erschienen. Sowie dann auch andere Formen der Verarbeitung des Gegenstands, etwa Walter Jens Theaterstück, Die Rote Rosa, ebenfalls aus dem Jahr 1966. Nicht zuletzt auf der Basis dieser Aufklärung standen dann im Jahre 1969 vor dem Haus von Waldemar Papst in Düsseldorf 150 Demonstranten, die Transparente mit der Aufschrift »Gestern Papst, heute KORS« hochhielten, womit sie den Polizisten meinten, der anderthalb Jahre zuvor Benno ohne Sorg in den Kopf geschossen hatte und ihn somit getötet hatte. Die Attentate der Zwischenkriegszeit waren Ende der 60er Jahre also geradezu bedrohlich präsent. Hier lässt sich gefühlte Demokratie fassen als Empathie für die Opfer sowie als Zurückweisung machtpolitischen Handelns, das zynisch über Leichen geht und die Ermordung politischer Gegner zulässt oder gar betreibt. Gefühlte Demokratie lässt sich weiter identifizieren als Forderung, die eigenen Grundgesetze zu achten und das Leben und die Würde aller Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Denn Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden, wie Rosa Luxemburg 1918 noch mit Blick auf die russische Revolution geschrieben hatte. Die weniger bekannten Opfer wie Hans Pasche kamen Ende der 60er Jahre noch nicht in den Blick. Erst als seine Reformideen, etwa seinen Pazifismus und seine Kritik des Kolonialismus wieder an Bedeutung gewannen, erhielten auch Pasche und sein Werk wieder eine gewisse Aufmerksamkeit. Und diese Rezeption intensivierte sich nach dem Ende des Kalten Krieges und mit dem europäischen Gedanken. 1976 gab es die ersten Wiederauflagen der Briefe des Lukanga Mukara und die Wiederentdeckung Hans Pasches begann 1981 rund um seinen 100. Geburtstag. Seit Anfang der 80er Jahre wurden seine Schriften wieder herausgegeben und in den 90er Jahren fand auch seine Biografie wieder vermehrt Aufmerksamkeit, angestoßen nicht zuletzt von seiner Tochter, Helga Pasche und Forschungen im Umfeld des Archivs der Deutschen Jugendbewegung. Vor allem aufgrund des Engagements eines Stettiner Neurologen und einer Lehrerin aus dem örtlichen Gymnasium bei Waldfrieden entstand Mitte der 2000er Jahre eine lebendige Erinnerungskultur auf lokaler Ebene. Schüler und Schülerinnen aus der Region lasen Pasches Bücher im Deutschunterricht und übernahmen Führungen sowie die Pflege seines Grabes. An Pasches 85. Geburtstag im Jahr 2005 wurden Todestag im Jahr 2005 wurde Gut Waldfrieden zu einer Gedenkstätte der europäischen Verständigung erklärt. Gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen aus Witzenhausen entstand ein deutsch-polnisches Jugendprojekt. Das Zitat im Vortragstitel Ehre, wem Ehre gebührt, ist dem jüngsten Beispiel der Erinnerungskultur entnommen, einem Aufruf des Rostocker Friedensbündnisses vom 19. April 2021 mit dem Titel Ehre, wem Ehre gebührt, Hans Pasche Ehren, ein Aufruf aus den Städten Bremen und Rostock. Hier heißt es unter anderem, Zitat, Hans Pasche ist ein überzeugender historischer Zeuge für die längst überfällige Würdigung einer anderen Traditionslinie in der deutschen Geschichte. Die Erinnerung an sein Leben und Wirken gehört in den öffentlichen Raum. Sie gehört zum demokratischen Diskurs in unserer Gesellschaft und nicht zuletzt als wichtiger Beitrag zur heutigen und künftigen Erinnerungskultur. Dies ist die selbstbewusste Sprache der gefühlten Demokratie, die auf die Empathie mit den Opfern setzt. Dabei verkörperte Hans Pasche überzeugend den bundesrepublikanischen Konsens der 1990er Jahre, den Konsens nämlich, dass der Einsatz politischer Gewalt hohe individuelle und gesellschaftliche Kosten und Risiken birgt und nur in genau definierten Ausnahmefällen ein legitimes sowie selten auch langfristig ein effektives Mittel ist. Friedensabkommen und das selbst erklärte Ende von sozialrevolutionär und oder ethnisch-nationalistisch motivierten terroristischen Gruppen wie der IRA und der RAF bestätigten und bestärkten diesen Konsens. Rechtsterroristische Gewalt gegen Asylbewerberheime sowie gegen Migranten und Migrantinnen konnten in dieser Situation leicht als ein Residuum abgetan werden. Solche Interpretationen ließen sich nicht länger aufrechterhalten angesichts der Morde, die ab 2011 dem NSU zugerechnet werden mussten, sowie angesichts der Ermordung des Kassner Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlägen in Halle und in Hanau. Der Historiker Martin Geier hat jüngst in seinem Beitrag die Nachkriegszeit als Gewaltzeit betont, die Abfolge von Ausnahmezuständen mit unterschiedlichen Konfliktlagen nicht nur Fragen staatlicher Souveränität betrafen, sondern auch von Beschädigungen von Individuen und Viktimisierungen handeln. Und dass diese Gewalterfahrungen tiefe Spuren hinterlassen, die bis heute über die betroffenen Generationen hinweg zu erkennen sind. Und zwar egal, ob man das in einer Nachgeschichte von individueller oder kollektiver Angst, Misstrauen oder Zynismus sucht oder nicht minder bedeutsam im Überleben und Überleben wollen, sowie in der Mobilisierung von Resilienzen. Für die Geschichte der rechtsterroristischen Attentate der Zwischenkriegszeit, sowie für die Geschichte der öffentlichen Auseinandersetzung und Erinnerung an diese Attentate gilt das in besonderem Maße. Wobei das Überleben und die Resilienz durch die kritische Auseinandersetzung und das Erinnern zu ergänzen sind. Grundlage dafür ist ein Gefühl für Demokratie, das es für sich und für andere zu erhalten, zu tradieren und wo nötig auch zu verteidigen gilt. Ein Gefühl für Demokratie, das im Grundsatz und dem Grundgesetz zufolge darin besteht, das Leben, die Würde und die Freiheit eines jeden Menschen zu achten und somit auch die Verhaltensweisen, Grenzen und Regeln, die einen solchen Respekt im gesellschaftlichen und politischen Lebensalltag ermöglichen und erfahrbar werden lassen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch wenn man gerne jetzt sofort diskutieren würde, kommen wir zum nächsten Vortrag. Bitte schön, Anna Alheim. Vielen Dank, Carola. Ich möchte beginnen mit einem Zitat aus dem Jahr 1921. In diesem Jahr veröffentlichte der Schriftsteller Jakob Wassermann seinen autobiografischen Text Mein Weg als Deutscher und Jude. Zitat. Es ist vergeblich, das Volk der Dichter und Denker im Namen seiner Dichter und Denker zu beschwören. Jedes Vorurteil, das man abgetan glaubt, bringt wie aß die Würmer tausend neue zu Tage. Es ist vergeblich, in das tobsüchtige Geschrei Worte der Vernunft zu werfen. Sie sagen, was? Er wagt es aufzumucken, stopft ihm das Maul. Es ist vergeblich, das Gift zu entgiften. Sie brauen Frisches. Es ist vergeblich, für sie zu leben und für sie zu sterben. Sie sagen, er ist ein Jude. Zitat Ende. Wassermann schrieb diese Worte zu Beginn der Weimarer Republik, zu einem Zeitpunkt also, zu dem deutsche Jüdinnen und Juden die vollständige Gleichberechtigung erreicht hatten und auch zu einem Zeitpunkt, als viele von ihnen im Ersten Weltkrieg für ihr Vaterland gekämpft und ihr Leben gelassen hatten. Vor Wassermann lag eine Hochzeit deutsch-jüdischen Zusammenlebens. Von Judenverfolgung im Dritten Reich, vom Holocaust konnte er nichts wissen. Umso eindringlicher erscheinen seine Worte, aus denen im Nachhinein eine erschreckende Klarsichtigkeit spricht. Ich möchte Wassermanns viel zitierte Sätze heute zum Ausgangspunkt nehmen, um über zwei Fragen nachzudenken. Zum einen soll es um die Tatsache gehen, dass Vorurteile und Hass ganz offensichtlich von Beginn an zum emotionalen Haushalt der ersten deutschen Demokratie gehörten. Antisemitische Ressentiments, das möchte ich zeigen, waren keine rationalen Argumente, sondern Produkte einer Fantasie, Produkte der inneren Welt der Antisemiten und sie erhielten ihre Wirkungsmacht durch eine ganz besondere emotionale Qualität. Zum anderen möchte ich argumentieren, dass das Nachdenken über gefühlte Demokratie auch die Emotionen derjenigen wahr und ernst nehmen muss, die als Minderheit, Anfeindungen und Diskriminierung ausgesetzt waren und sind. Für die Einschätzung der Wirkmächtigkeit von Hass und von Ressentiments ist die Perspektive der Betroffenen von entscheidender Bedeutung. Beide Aspekte, sowohl die emotionsgeladene Fantasie der Antisemiten als auch die gefühlte Wahrnehmung von Anfeindungen und Exklusion sind von Bedeutung, wenn wir die Entwicklung der Weimarer Republik verstehen und einordnen möchten. Aber die Weimarer Erfahrung kann eventuell auch im 21. Jahrhundert helfen, Situationen einzuschätzen. Damit möchte ich meinen Vortrag dann schließen. Der erste Schritt, den ich heute machen möchte, mag simpel erscheinen, aber ich glaube, wir müssen ihn immer wieder sehr bewusst vollziehen. Es geht darum zu zeigen, dass die Vorstellungen, die sich Antisemiten, die sich vorurteilsbeladene Denker, Wahrnehmer von der Wirklichkeit machen, eben genau das sind Fantasien. Und kein Abbild von Wirklichkeit. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Art und Weise, wie sich die antisemitische Fantasie vom Juden in den Weimarer Jahren oder wie diese Fantasie erdacht und wie sie auch erfüllt wurde, ist die Figur des wahren Hausjuden. An diesem Beispiel, das ich Ihnen heute mitgebracht habe, lässt sich eine ganz erstaunliche Eigenschaft stereotypisierenden Denkens aufzeigen. Ein Stereotyp kann vollkommen widersprüchliche Bilder, Ängste, Wünsche, Gefühle in einem Bild, in einer Figur integrieren. Und die Widersprüche führen nicht etwa dazu, dass das Stereotyp aufgebrochen wird, sondern steigern im Gegenteil seine emotionale Qualität. Ich komme zu meinem Beispiel. Das Warenhaus stand in den Augen seiner Gegner zunächst einmal für die Massenkonsumkultur der goldenen 20er Jahre. Es war Ausdruck einer neuen Form des Kaufens und des Verkaufens, die seine Gegner als Auswuchs des Kapitalismus fürchteten und bekämpfen. Zitat Die Warenhäuser, in die du dein Geld hineinträgst, sind nur Unternehmungen der internationalen Hochfinanz zur Ausbeutung des deutschen Volkes. So liest man beispielsweise in der Broschüre Das Warenhaus eine Gefahr, die 1930 in der Reihe Todgeschwiegene Wahrheiten erschien. Hier deutet sich schon an, dass in der Gegnerschaft gegen das Warenhaus antikapitalistische und antisemitische Vorstellungen zusammenfielen und sich gegenseitig bestärkten. Nicht zufällig betrieben in erster Linie antisemitische Gruppierungen und allen voran eben die Nationalsozialisten seit etwa 1927 systematisch Propaganda gegen das Warenhaus. Da stehen, Zitat, in den Großstädten die Prunkpaläste des halbwegs sesshaft gewordenen Hausierergeistes, die ebenso wie der Wanderjude in seinem Trödelkasten einen bunten, mit Kaufreiz spekulierenden Krimskrams enthalten. So drückte es etwa der nationalsozialistische Autor Hans Buchner aus. Man solle sich doch nur in der gerade erschienenen Jubiläumsschrift des Verbandes der Warenhäuser mal die Fotografien ansehen, die dort auch abgedruckt seien. Zitat. Da findet man sie beisammen, wie wenn sie einem Rassenforscher die Arbeit erleichtern wollten. Die teils reinrassigen Typen der Schocken, Grünbaum, Knopf, Hirsch und die halben Talmi-Köpfe der Tietz, Wonka, Joske, Uri und wie sie alle heißen, die aus Birnbaum und von weiter östlich herkamen. Von dort, wo der Kaftan und die Hängelocke bis auf diesen Tag zu unentbehrlichen Requisiten der Volkszugehörigkeit zählen, wo der Smoking und der Steifehut dem Händlergenie des Trödlers noch nicht den börsengerechten Nimbus verleihen. Zitat Ende. In Buchners fantastischer Vorstellung verkörpert also der Warenhausjude ganz unterschiedliche Eigenschaften. Er war ein Händlergenie, immer der ostjüdische Hausierer mitgedacht, der mit seinem Trödelkasten durch die Lande zieht. Er war aber das Händlergenie im Smoking, aufgestiegen in die Reihe der Wirtschaftsbosse. Er war aber auch der reine Rassejude, den man schon an der Nase erkennen konnte, an seinem Foto. Doch damit nicht genug. Die Figur des Warenhausjuden wurde ergänzt durch eine weitere Fantasie. Denn der Warenhausjude war auch Bolschewist. Die jüdischen Führer der kommunistischen Bewegung lebten, so stellten es antisemitische Texte, Flugblätter, Pamphlete dar, als Bonzen im Willen. Sie fuhren auf Yachten. Zitat bei Gelagen schlemmt die neue Herrenkaste des Proletariastaates und frisst Kaviar Pfundweise. Zitat Ende. Die Bonzen im Speck, das Volk im Dreck. Das war einer der Slogans, mit denen Antisemiten agitiert haben in dieser Zeit. Und ich habe es Ihnen noch mal mitgebracht, ein bisschen größer, vielleicht können Sie es erkennen. Hier sehen wir eben die Herren im Smoking mit der jüdischen oder der Physiognomie, die in Karikaturen dem Juden zugeschrieben wird. Wir sehen hier auch noch etwas, was noch dazu kommt. Diese jüdischen Bonzen kriegen ganz offensichtlich die tollsten Frauen. Also da spielt auch diese Fantasie vom potenten jüdischen Mann eine Rolle. Und weiter hinten im Heft kommen dann eben auch noch mal Bilder, die gleichzeitig diesen armen jüdischen Trödler wieder einführen. An einem letzten Beispiel möchte ich zeigen, wie der Jude im radikalen antisemitischen Denken dann tatsächlich zum Ungeheuer wird. Hier sehen wir ein Flugblatt der Nationalsozialistischen Kampfgemeinschaft gegen Warenhaus und Konsumverein aus dem Jahr 1931. Der gruselige Jude sitzt hier auf dem Warenhaus. In das Warenhaus strömt das Publikum und mit seinen Fangarmen erwirbt der Jude, der gruselige Jude, der hier auf dem Warenhaus sitzt, das gute deutsche Handwerk. Wir sehen die Lederwaren. Ich glaube, es ist noch ein Sattler dabei und ich kann es gerade nicht lesen. Die guten deutschen Geschäfte werden hier erwirkt. Und was wir auch sehen, ist, dass die Figur des Juden, die wir hier sehen, eigentlich kaum noch menschliche Züge hat. Also sie hat Fangzähne, mit denen der Jude hier dem deutschen Volk das Blut aussaugt. Und es ist wirklich eine Gruselfigur, die hier sitzt. Die Figur des Warenhausjuden ist ein Beispiel für die emotionale Macht von Vorurteilen. Und es zeigt eben auch, dass die ressentimentgeladenen Bilder vom Juden davon leben, dass sie eben unterschiedliche widersprüchliche Eigenschaften in einer abstrakten Vorstellung zusammenführen. Der Jude ist eben kein normaler Mensch mehr, sondern ein Ungeheuer. Das zeigt diese letzte Karikatur sehr konsequent. Und in dieser Figur, das ist mir wichtig, stecken eben ganz, ganz unterschiedliche Emotionen. Es geht nicht nur um Hass, sondern es geht auch um Angst. Es geht um Faszination. Es geht um Ekel. Das Vorurteil lebt also davon, dass es wirklich auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Emotionen anspricht. Und unsere Aufgabe ist es, nach den Ausprägungen, aber auch nach den Ursprüngen dieser Emotionen zu suchen. Wo kommen die eigentlich her? Was könnte dahinter stecken? Gerade in der Weimarer Zeit verbirgt sich daher etwa die Angst vor tatsächlich den neuen Strukturen eines wachsenden Kapitalismus, vor sozialer Ungleichheit, vor struktureller Abhängigkeit, Ängste vielleicht auch vor den eigenen sexuellen Wünschen, vor den eigenen Machtfantasien, die wir hier wiederfinden. Wo kommen eigentlich diese Emotionen hierher, die hier vereinfacht werden, externalisiert werden, auf jemanden anders projiziert werden und damit greifbar und auch angreifbar werden in einer Figur des anderen. Die Tatsache, dass antisemitische Vorurteile der Fantasie der Antisemiten entsprangen, bedeutete nicht, dass Jüdinnen und Juden sich nicht damit auseinandersetzen mussten in ihrem konkreten Alltag. Sie waren immer wieder und in unterschiedlichem Maße mit Bildern vom Juden konfrontiert und mussten sich zu den Anfeindungen verhalten. Eine wichtige Rolle bei der Exklusion jüdischer Deutscher spielte in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre der Boykott. Frau Mecking hat schon gesagt, das ist eines meiner Themen. Der Boykott, der oft unter dem Schlagwort Deutsche kauft nicht bei Juden betrieben und beworben wurde. Und diese Boykottaufrufe richteten sich einerseits gegen große Unternehmen wie die Warenhäuser, aber eben auch als kleine Geschäfte in der Nachbarschaft, die als jüdisch bekannt oder gekennzeichnet waren. In seinem 1931 erschienenen Buch Der Antisemitismus in der Deutschen Republik sah der Autor, der unter dem Pseudonym Fritz Marburg schrieb, den Wirtschaftsboykott in allen Winkeln Deutschlands betrieben, 1931. Zitat von allen Seiten wird gegen den jüdischen industriellen Bankier, Kaufmann, geistigen und körperlichen Arbeiter ein konzentrischer Angriff geführt, welcher ihm die Einkommensquelle abschneidet und ihn schließlich brotlos macht. Schlagworte wie kauft nicht beim Juden oder meidet die Warenhäuser, schmücken Hauswände, Geschäfte, Auslagen. Angesichts dieser Erfahrung bemühten sich jüdische Organisationen in den späten Weimarer Jahren darum, herauszufinden und zu dokumentieren, welche Wirkungen die Boykott-Aktionen eigentlich zeigten, wer sie organisierte, wen sie trafen. Die erhaltenen Berichte, das fand ich sehr spannend, zeigen, wie schwer es auch für die Zeitgenossen schon war, konkrete ökonomische Folgen von solchen Attacken zu berechnen. Nicht zufällig wählt daher auch Fritz Marburg eine ganz typische Formulierung. Er schreibt nämlich, der Boykott machte sich, Zitat, bei der jüdischen Bevölkerung in empfindlicher Weise fühlbar. Und diese Formulierung etwa einer gefühlten Wirkung oder einer gefühlten Verfolgung lässt sich in zahlreichen Texten von Jüdinnen und Juden aus der Weimarer Zeit finden. Und ich möchte eben dafür plädieren, das sehr, sehr ernst zu nehmen, mit allen Schwierigkeiten, die es mit sich bringt. Da habe ich hier noch mal ein Beispiel mitgebracht, einen Artikel, den der Mediziner Julius Moses im Februar 1932, wir bewegen uns zugegebenermaßen in der Endzeit der Republik, im israelitischen Familienblatt veröffentlichte. Moses war zu dieser Zeit Abgeordneter der SPD im Reichstag in Berlin und versucht in seinem Text, die Berliner aufmerksam zu machen für das, was in den Provinzen passiert, vor allem in den ländlichen Regionen. Moses' Text beginnt so, Zitat, Gefühlsmäßig ahnt man, dass für die Juden in den östlichen Provinzen des Reiches ein beispielloser Rückschlag in eine hundert oder mehr Jahre zurückliegende Vergangenheit erfolgt ist, Zitat Ende. Vor allem in den kleinen Städten, so fährt Moses fort, bekämpften die Antisemiten, Zitat, die jüdischen Mitbürger mit allen Mitteln, vorwiegend mit dem des ökonomischen und gesellschaftlichen Boykotts. Es ist viel Ärger, viel, viel Ärger, als man es sich in der Großstadt vorstellt, Zitat Ende. Als Beleg für diese Behauptung zieht er ausgerechnet einen Roman heran, nämlich Volk im Fieber von Josef Maria Frank. Franks Beschreibung, die auf Berichten und Erfahrungen beruhe, sei eine, Zitat, von Künstlerhand geformte Wirklichkeitsreportage, die die Stimmung in den Provinzen sehr gut nachzeichne. Frank lässt in seinem Roman eine seiner Hauptfiguren, einen jüdischen Kaufmann von seiner aktuellen Situation berichten, Zitat. Die Romanfigur spricht. Man war zufrieden mit mir, man ist es auch heute noch, aber mit der Freundlichkeit von früher hapert's. Die alten Kunden wollen sich nicht mehr aufhalten im Laden. Ich fühle es förmlich, dass sie sich ängstigen, beim Juden gesehen zu werden, Zitat Ende. Es geht in Moses Artikel also um gefühlsmäßiges Ahnen, und sein Beleg ist ein Roman, der wiederum beschreibt, wie der Protagonist sich förmlich fühlt. Können wir das als Belege nehmen für die Wirkmächtigkeit von Antisemitismus in der damaligen Gesellschaft? Ich würde sagen, ja, leider müssen wir genau das tun. Denn Ressentiments und gesellschaftliches Klima, die Stimmung im sozialen Miteinander sind sehr, sehr schwer zu fassen. Und sie spiegeln sich eben vor allem in Beschreibungen von Wahrnehmung und gefühlter Stimmung in ganz, ganz unterschiedlichen Texten wieder. Die Betroffenen denken hier reflektiert über die eigene Situation, den eigenen Gefühlshaushalt nach, benennen ihre Wahrnehmung als gefühlt und versuchen, Veränderungen greifbar zu machen. So wie wir die emotionale Gewalt von antisemitischen Anfeindungen auf der Seite der Antisemiten analysieren müssen, müssen wir auch der gefühlten Exklusion nachgehen. Und was uns das auch zeigt, wenn wir solche weichen Kriterien, diese andere Art von Quellen heranziehen, löst sich auch die Zäsur von 1933 ganz, ganz entscheidend auf. Und sehr, sehr viel passiert eben schon in der Zeit der Weimarer Republik, was dann im Nationalsozialismus staatstragende Politik führt. Ich komme zum abschließenden kurzen Teil. Da ist überschrieben die Krake Zuckerberg. In diesem Teil möchte ich noch einen Blick in die nahe Vergangenheit der bundesrepublikanischen Geschichte werfen. Es geht um diese Zeichnung, die 2014 in der Süddeutschen Zeitung erschien. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Der Zeichner Burkhard Mohr stellt hier den jüdischen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg als Krake dar. Anders war, dass Facebook gerade die Nachrichtentattform WhatsApp übernommen hatte. Und wir sehen hier die für antisemitische Karikaturen typischen Einzelheiten. Die Haken-Nase, die fleischigen Lippen, das lüsternde Grinsen, die buschigen Augenbrauen, die grausen Haare. Es gab Leute, die haben gesagt, sogar diese Fangarme könnte man irgendwie als Schläfenlocken interpretieren, wenn man weit geht. Das ist sozusagen die Diskussion, die um dieses Bild aufbrach. Und die Kritik kam sehr, sehr prompt. Zunächst vom Simon-Wiesenthal-Zentrum. Und die Krake schaffte es in die Nachrichten des israelischen Fernsehens unter der Überschrift Antisemitismus in Deutschland? Die Redaktion der SZ hatte zu diesem Zeitpunkt schon längst reagiert. Aus der Krake Zuckerberg war in der Bildunterschrift zunächst die Krake Facebook geworden. Und die Zeichnung erschien auch nur in der zuerst gedruckten Münchner Ausgabe. In der zuerst gedruckten Frühausgabe. Bereits die Münchner Ausgabe, die zuletzt in Druck ging an dem Tag, zeigte eine veränderte Zeichnung, nämlich das hier. Das Gesicht ist also einfach durch einen leeren Bildschirm ersetzt. Der Zeichner erklärte der jüdischen Allgemeinen, er sei entsetzt, dass seiner Feder unbemerkt etwas Antisemitisches entsprungen sei. Ihm sei, Zitat, unter Zeitdruck in der Situation nicht aufgefallen, dass die Darstellung problematisch sein könnte, da ich Zuckerberg überhaupt nicht als Juden betrachtet habe. Zitat Ende. War also auch hier eine Form von gefühlter Assoziation am Werk. Während vor allem jüdische Organisationen die Karikatur heftig kritisierten und auch die süddeutschen Unterzeichner sich sehr, sehr schnell entschuldigten für diese Darstellung, posteten andere in den Kommentarfunktionen ihr Unverständnis für die Aufregung. Zitat, So wirklich kann ich da keinen Haken in der Nase erkennen, schrieb etwa L3S3R. Und es werde mal wieder Zitat ellenlang zitiert, was paranoide Juden als antisemitisch definieren, erklärte J. Sommerfeld. Ich komme zum Schluss. Der Streit um die Krake, Zuckerberg ist nur ein Beispiel dafür, dass antisemitische Ressentiments und der Streit darum, wie wirkmächtig sie sind, im Alltag auch der Bundesrepublik des 21. Jahrhunderts zu finden sind. Ich möchte hier, und das ist mir wichtig, und das haben wir auch schon mehrfach angesprochen, nicht das Bild eines ewigen Antisemitismus von Weimar bis heute herauf beschwören, Ressentiments, Fantasien und auch die damit verknüpften Emotionen und Bezüge ändern sich. Und wir müssen sicherlich sehr, sehr genau hinschauen, in welche politischen, ökonomischen, sozialen Bedingungen vorurteilsvolles Denken in der konkreten gesellschaftlichen Situation fördern. Aufgabe der Tagung war es aber, nachzudenken über die Weimarer Erfahrung im 21. Jahrhundert. Und ich möchte schließen damit, dass diese Erfahrung uns sehr, sehr deutlich vor Augen führt, dass ungewollte, wirkmächtige Gefühle wie Hass, Aggression, Faszination, Ekel, Sexualität vom Beginn an deutscher Demokratie waren. Und sie zeigen uns, dass die gefühlsmäßige Ahnung von Julius Moses und die hochemotionale Verzweiflung von Jakob Wassermann, mit der ich begonnen habe, ganz und gar nicht paranoid waren. Wassermanns Bücher brannten im Mai 1933 auf den Scheiterhaufen der Bücherverbrennung. Er selbst starb 1934 verarmt im österreichischen Exil. Julius Moses wurde im Sommer 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb dort noch im selben Jahr. So schwierig es auch sein mag, wir müssen Emotionen, wenn wir vergangene Gesellschaften allenisieren möchten, einbeziehen. Und wir müssen uns ihnen auch in gegenwärtigen Konflikten stellen. Zum einen gilt es, nach den eigentlichen Ursachen von Ressentiment und emotionsgeladenen Fantasiewelten zu fragen. Ganz, ganz wichtig. Anfeindungen sind nicht nur auf ein Gefühl zu reduzieren, sondern es spielt ein ganzes Bündel von Gefühlen eine Rolle. Zum anderen müssen wir die gefühlten Ahnungen, die derjenigen ernst nehmen, die Anfeindungen ausgesetzt sind. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt unseren Emotionen hingeben sollten. Ganz im Gegenteil. Das Erkennen von ungewollten, unbewussten Gefühlen, Fantasien trägt im besten Fall dazu bei, dass wir sie ins Bewusstsein holen, dass wir sie kritisch reflektieren können, beschreiben können, bearbeiten können, kontrollieren können, rationalisieren können. Auf diese Weise können wir vielleicht, wie schon Adorno hoffte in unserer Gesellschaft, zumindest Zitat, ein Klima bereiten, das dem Äußersten ungünstig ist. Zitat Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Hanna Ahlheim. Und willkommen zum dritten Vortrag von Silke Fehlermann. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dieser spannenden Tagung und vielen Dank auch für deine Einführung. Kontinuitäten der Kränkung habe ich den Vortrag genannt und diese Alliteration soll noch auf eine doppelte Kontinuität hinweisen. Zum einen die Fortdauer der Hetze von der Mitte der 1920er Jahre bis in das Jahr 1933 hinein. Zum anderen die potenziellen Gemeinsamkeiten der Hassrede von der ersten Demokratie bis heute. Die Frage ist also, auf welche Art und Weise konnten Hass und Hetze zerstörerisch auf Demokratien wirken und können das noch? Und was bedeutet dieser Blick zurück für uns heute, die wir uns auf neue Art und Weise mit Hassreden beschäftigen müssen? Das Thema Hass oder Hetzrede stand für die Geschichtswissenschaft wohl immer ein bisschen im Schatten der größeren Schwester Gewaltforschung. Erst seitdem das eskalierende Potenzial von der Hassrede bis hin zum Attentat in der jüngsten Zeitgeschichte, nämlich mit dem schon oft genannten Fall Walter Lübckes, erst seitdem begann eine historische Beschäftigung mit der Schmähung, in der Hassrede als eigenständiger Gewaltakt anerkannt wird. Unter anderem eben auch bei uns in Dresden mit dem SFB zur Invektivität, der sich ja eben mit Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung beschäftigt. In der Sprachphilosophie bestand dagegen schon länger die Einsicht, dass verletzende Schmähung tatsächlich krank machen kann. Das liegt nicht nur an einer wachsenden Sensibilität im Hinblick auf Herabwürdigung sexistischer und rassistischer Art ganz im Allgemeinen, sondern auch an neueren medizinischen Erkenntnissen über psychopathologische Auswirkungen von negativen Stress. Zum anderen wird in dieser Forschung der Medienwandel herausgestellt. Die neuen Medien, Twitter, Facebook und Co. hätten zu einer Eskalation von Hassrede geführt. Einerseits wegen des großen Wirkungskreises, andererseits wegen der Anonymität, die das Netz bietet. Polizei und Justiz tun sich bis heute schwer in der Behandlung der Hassrede. Beleidigungen und Schmähungen stehen in einem Spannungsverhältnis zum hohen Gut, zum Grundrecht der freien Meinungsäußerung. Insofern sind Beleidigungen von PolitikerInnen bislang mit großer Zurückhaltung beurteilt und auch fair erurteilt worden. Nachdem allerdings kürzlich die Sanktionen der massiven Beleidigungen von Renate Künast durch das Landgericht Berlin von der Öffentlichkeit als unzureichend wahrgenommen wurden, hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Rahmenbedingungen des Kommunikationsstrafrechts noch einmal neu erläutert. Es hat den Aspekt der Menschenwürde gegenüber der freien Meinungsäußerung stärker herausgehoben. Darüber hinaus haben die Richter herausgestellt, dass die Rechtsprechung persönlich diffamierende Äußerungen gerade unter den Bedingungen der digitalen Kommunikation deutlich strenger sanktionieren sollten. Das Bundesverfassungsgericht hat sich hier also in gewisser Weise den Medienwandel und den Herausforderungen durch neue kollektive Kommunikationsstrukturen angepasst. Dass aber eine konsequente Strafverfolgung einer Beleidigung für die Betroffenen nicht unbedingt zum Vorteil gereicht, machte kürzlich der Fall des Hamburger Innensenators Andreas Andi Grote deutlich. Er hatte eine Beleidigungsanzeige aufgegeben, nachdem er im Netz mit »Andi, du bist so ein Pimmel« beleidigt wurde. Aufgrund dieser von der Öffentlichkeit allerdings als vergleichsweise harmlos wahrgenommenen Beleidigung wurde eine Hausdurchsuchung bei der Freundin des Beleidigers durchgeführt, was in den sozialen Netzwerken zu großer Empörung führte. Es wurde vermutet, dass der Innensenator die Polizei dazu aufgerufen habe, so hart gegen seinen Beleidiger vorzugehen. Nachdem sogar seinen Rücktritt öffentlich eingefordert wurde, berief sich Grote schließlich darauf, dass er die Anzeige gegen den Täter trotz der Nichtigkeit deshalb unterschrieben habe, weil er selbst immer öffentlich forderte, dass Beleidigungen zur Anzeige gebracht werden und er das polizeiliche Engagement gegen Hassrede auch nicht entmutigen wollte. Von der Hausdurchsuchung bei der Ex-Freundin des Beleidigers habe er im Vorfeld nichts gewusst, da in Hamburg selbstverständlich Justiz und Inneres getrennt voneinander arbeiten würden. Also Grotes Darstellung einer super effektiven Polizeiarbeit ist dabei erst gerade kürzlich wieder zweifelhaft geworden, als, Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, die Sendung von Jan Böhmermann gezeigt hat, dass die Polizei Hamburg keine der zur Anzeige gebrachten Hassreden nachverfolgt hat. Aber das nur am Rande. Bei diesen beiden aktuellen Fällen, also Künast und Grote, finden sich viele strukturelle Probleme, die durchaus historische Kontinuitäten aufweisen. Polizei und Justiz können vieles falsch machen in der Behandlung von Beleidigungen. Überzogenes strenges Vorgehen bei vermeintlich nichtigen Herabwürdigungen wird und wurde ebenso öffentlich kritisiert wie zu nachlässiger Behandlung massiver persönlicher Schmähungen wie im Falle Künast. Hinzu kommt bei beiden beschriebenen Fällen auch noch eine zugrunde liegende, zutiefst gegenderte Durchdringung der öffentlichen Wahrnehmung. Die jeweils zugrunde liegenden Schmähungen, verbunden mit abwertenden Beleidigungen der primären Geschlechtsmerkmale, sind hier zu nennen, also auch im Falle Künast wissen Sie das, sowie die öffentliche Empörung, die bei aller angemessenen Differenzierung dem Mann nahelegt, er möge sich bitte nicht zu anstellen, genauso wie der Frau in der Öffentlichkeit doch mehrheitlich eine höhere Schutzwürdigkeit attestiert wird, wenngleich diese Fälle natürlich nur sehr bedingt vergleichbar sind. Dass die Anschlusskommunikation darüber entscheidet, wie eine Beleidigung aufgenommen wird, ist eben eine wesentliche Grundannahme der Invektivitätsforschung. Und das kann ich jetzt hier abkürzen, das ist gestern schon erläutert worden, dass das Publikum darüber entscheidet, welche Dynamik Beleidigungen entwickeln und eben nicht nur der Beleidiger oder die Beleidigerin oder der Adressat. Vor diesem Hintergrund möchte ich danach schauen, wie Schmähkampagnen in der Weimarer Republik verliefen, wo finden wir vergleichbare Entwicklungen, wo lagen die Dinge ganz anders. Auch in den 1920er Jahren machte sich ein Medienwandel bemerkbar, da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen, über die fragmentarisierten Öffentlichkeiten. Der Medienwandel war nicht ganz so dramatisch wie der, den wir jetzt gerade erleben, aber auch hier war die Durchsetzung einer Milieu- und parteiorientierten Medienszene, also Tageszeitungen und Tages- und Wochenzeitschriften als Massenpresse noch eine verhältnismäßig neue Entwicklung, vor allem eben in der Form der illustrierten Presse. Die jüngere Kunstgeschichte hat dabei deutlich gemacht, dass auch Bilder Handlungsmacht besitzen, dass sie ein Eigenleben entwickeln, sie sind Aktanten. Ordnet man diese Überlegungen hier ein, entwickelt sich das Eigenleben der Bilder durch ihre Verbindung mit der Sprache in den neuen illustrierten Massenmedien der 1920er Jahre. Also das Beispiel kennen Sie wahrscheinlich alle, da sieht man eben ganz ein schönes Beispiel, um zu sehen, wie dieses Eigenleben der Bilder funktioniert. Also Friedrich Ebert, der als frisch gewählter Reichspräsident der Öffentlichkeit in Badehose mit einem Schnappschuss präsentiert wurde und das Bild ist dann in unzähligen Varianten wieder zitiert worden und ist immer weiter verwendet worden, auch um das Staatsoberhaupt herabzusetzen oder vor allem um das Staatsoberhaupt herabzusetzen. Genauso zerstörerisch wie solche landesweiten illustrierten Herabsetzungen wirkten jedoch die unzähligen Verleumdungen, Skandalisierungskampagnen vor Ort gegen Bürgermeister und Oberbürgermeister, gegen Innensenatoren, Wohlfahrtsdezernenten und Polizeipräsidenten, deren Integrität mit strategischen Lügen massiv verletzt wurde. Diese Kampagnen, die besonders zielgerichtet durch die völkische beziehungsweise NS-Presse vorangetrieben wurden, schufen ein missgünstiges Publikum, das die spätere Akzeptanz von Gewalttaten in gewisser Weise ermöglichte. Das soll an einigen konkreten Beispielen verdeutlicht werden. Innensenatoren beziehungsweise Polizeipräsidenten waren auch in der Ersten Deutschen Republik ein beliebtes Beleidigungsziel. Die Herabsetzung ihrer Person konnte sowohl rechte als auch linke Republikgegner mobilisieren und der Angriff auf sie bot eben auch die Möglichkeit, im jeweils anderen Milieu oder Lager zu fischen. Nicht nur der Amtsvorvorgänger von Grote, also der Hamburger Innensenator Adolf Schönfelder, wurde verhetzt, sondern fast alle demokratischen Polizeipräsidenten in der Weimarer Republik wurden von rechts, aber auch von links geschmät. Also ganz bekannt ist ja Bernhard Weiß, der stellvertretende Polizeipräsident von Berlin und die Kampagne gegen ihn durch Goebbels. Ein Projekt, was wir in unserem Projekt näher untersucht haben, ist das Beleidigungsverfahren des Krefelder Polizeipräsidenten Wilhelm Elfes. Also Elfes, dazu könnte man ein eigenes Buch schreiben, ist auch schon passiert, aber jetzt geht es hier um seine Geschichte in den 20er Jahren beziehungsweise 30er Jahren. Nachdem Elfes seit Mitte der 1920er Jahre von Seiten der linken Arbeiterbewegung angegriffen wurde, eskalierte die Situation schließlich im November 1931. Nun hatte die völkische Presse den Hebel gefunden, um Elfes bis aufs Blut zu reizen. Als bekannter Pazifist, der allerdings jahrelang an der Front gekämpft hatte, wurde Elfes nun als Drückeberger, Verräter und Feigling geschmät in verschiedenen Zusammenhängen, wurde ihm das immer wieder vorgeworfen. Also ich will das jetzt, diese einzelnen Geschichten will ich gar nicht en Detail erzählen, aber aus diesen sozusagen ikonischen Vorwürfen zimmerte die NS-Presse ihre Verhöhnungen und Verleumdungen, so wie sie es in unzähligen Fällen von übler Nachrede in der Weimarer Republik ständig machte. Diese Fälle wurden dann auch von der übrigen Lokalpresse mit großem Engagement verfolgt und so wurden auch diese Beleidigungen ständig wiederholt und blieben sozusagen hängen. Also es war auch so, dass man sagt immer, dass die NS-Presse oder die völkische Presse eine geringe Auflagenzahl in der Weimarer Republik hatte, aber diese Artikel wurden in Schaufenstern ausgehangen, sie wurden auf Marktplätzen verteilt, sie wurden kopiert. Also gerade dadurch, dass es eben lokal vor Ort stattgefunden hatte, war das dann auch wirklich Teil des Klatsches, des Raunen und Rauschens in der Stadtgesellschaft und es trat eben auch selten jemand dagegen an. Ebenso typisch war der Verlauf des anschließenden Beleidigungsverfahrens. Verschleppungstaktiken, Zermürbungstaktiken und eine zögerliche Justiz ließen diesen Fall zu erheblichen Belastungen für Elfes werden. Das Verfahren zog sich über ein Jahr hin, was für damalige Verhältnisse allerdings gar nicht so langsam war. Und am Ende stand eine magere Strafe von 150 Mark für eine Beleidigung, die Elfes als erhebliche Kränkung ansah. Elfes schrieb verbittet an die Staatsanwaltschaft, dass er keine Berufung mehr möchte. Zitat Meine persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen lassen es jedoch nicht ratsam erscheinen, vor einem preußischen Gericht den Schutz der persönlichen Ehre zu suchen. Ich habe deshalb nicht vor, in einer solchen Sache je wieder ein Gericht in Anspruch zu nehmen. Und er schilderte seine Eindrücke aus dem Gerichtssaal. Zitat Zahlreiche Politiker in ähnlichen Fällen darauf verzichteten, Beleidigungsanzeigen zu erstatten, weil sie offenbar fürchteten, bei diesen Prozessen selbst unter die Räder zu kommen und ihren Ruf zu ruinieren. Hinzu kam, dass die kriegsbezogene Beleidigung gerade in ihrer Unbestimmtheit eine effektive Waffe war, da dieser Vorwurf in einer kriegstraumatisierten Gesellschaft in besonderer Weise an den Betroffenen hängen blieb und diese auch in besonderer Weise emotionalisierte. In den Verfahren konnten die Vertreter der NS-Schmähmedien virtuos die Lippen der Justiz ausnutzen. Als Verantwortlicher zeichnete zumeist ein Reichstagsmitglied, das immer wieder auf seine Immunität verwies. Das zog die Verfahren schon einmal ordentlich in die Länge. Die Gerichtstermine wurden dann wiederholt verschoben, da der betreffende Abgeordnete dann auf seine politischen Pflichten oder Wahlkampftermine verwies. Daran anschließend kamen dann Krankmeldungen und wenn dann ein Urteil gefällt wurde, kamen Zahlungsverweigerungen und natürlich Berufungsversuche hinzu. Dazu kamen dann noch Amnestien und so zeigte sich die Justiz kaum in der Lage, dieser invektiven Dynamik entgegenzutreten, also eine Situation, die eigentlich schnelles Eingreifen erfordert hätte und eben konnte diese Beleidigung schon allein deshalb nur halbwegs effektiv bekämpfen oder nur wenig effektiv bekämpfen. Kontinuitäten zeigten sich aber auch ganz konkret über das Jahr 1933 hinaus. Wie der Hass produziert, wie schon seit Mitte der 1920er Jahre ein missgünstiges Publikum geschaffen wurde, das möchte ich gerne am Beispiel des preußischen Wohlfahrtsminister Hirtsiefer deutlich machen. Die Geschichte des Leidensweges von Heinrich Hirtsiefer zeigt sowohl die Kontinuitäten als auch die Radikalisierung und Dynamiken der Kränkung zwischen 1925 und 1933 wie unter einem Brennglas. Hirtsiefer war parteipolitisch im linken Zentrum angesiedelt und hatte immer ein Zusammengehen von Sozialdemokratie und Zentrum unterstützt. Schon Mitte der 1920er Jahre wurde dem christlichen Politiker unterstellt, er habe sich auf Dienstreisen mit Freudenmädchen vergnügt und würde sich gegenüber seinem alten Vater herzlos und geizig verhalten. Hirtsiefer wehrte sich gegen solche Unterstellungen, immer wieder mit Beleidigungsverfahren, in denen deutlich wurde, dass diese Schmähungen völlig aus der Luft gegriffen waren. Doch die Angriffe hörten nicht auf. Gerade in der Zeit der Weltwirtschaftskrise wurde seine körperliche Statur wiederholt genutzt, um der politischen Elite vorzuwerfen. Sie würden in der Fülle leben, während das Volk hungere. Ganz gezielt wurde Hirtsiefer als korrupter Bonze inszeniert, wobei seine offensichtlich korpulente Statur als Beleg für diese Zuschreibung eingesetzt wurde. Der Zweck war die Erzeugung von Missgunst in einem möglichst breiten Publikum. Und er blieb im Visier der Nationalsozialisten. Auf einem Wahlplakat zur Reichspräsidentenwahl im April 1932 wird deutlich, dass er inzwischen zu den meist gehassten Personen der nationalsozialistischen Bewegung gehörte. Die Kontinuität der Kränkung, die letztlich in Hirtsiefer's Tod mündete, lässt sich nach der Machtübernahme ganz konkret nachzeichnen. Nach seiner Vernehmung, also er ist dann in Schutz, in sogenannte Schutzhaft genommen worden und nach seiner Vernehmung am 11. September 1933 bekam Hirtsiefer ein Schild umgehängt, auf dem stand, ich bin der Hunger leider Hirtsiefer. Dieses Schild nahm Bezug auf seine angebliche Beschwerde über die Streichung seiner Pensionsbezüge. In diesem Aufzug wurde er durch seine Heimatstadt Essen getrieben, wobei sorgsam darauf geachtet wurde, dass er, der Gewerkschafter, sowohl am Kruppwerk als auch an seiner eigenen Wohnung durch die von ihm mitgegründete Siedlungsgenossenschaft vorbeigeführt wurde. Diese Siedlung heißt heute noch Hirtsiefer-Siedlung in Essen. Nicht nur er selbst wurde verhöhnt, sondern auch seine Anhänger und Gefolgsleute sowie seine Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder wurden so beschämt und natürlich gewarnt. Auch hier wird wieder deutlich, wie durch die Verflechtung von Herabsetzung, Gewalt und Spott die Beteiligten insgesamt in das Geschehen und in das neue System gezogen wurden. Also man musste sich irgendwie verhalten. Nun konnte auch die über lange Zeit erzeugte Missgunst in Schadenfreude umgesetzt werden, indem ein vormals gut situierter und offensichtlich wohlgenährter Politiker, der angeblich korrupt und verschwenderisch wäre, öffentlich bloßgestellt und verhöhnt wurde. Mit diesem Marsch in der glühenden Sonne wurde der Umschlag von der verbalen Hetze, die auch auf den Körper zielte schon, also die hatte ja schon auf seine Körperlichkeit gezielt, wurde der Umschlag zu einer Gewalt eingeleitet, die eben nicht mehr nur von der verletzenden Macht der Sprache ausging, sondern schon direkte körperliche Verletzungen mit Einschluss. Nach dem Pranger-Marsch durch Essen wurde Rezifer ins Konzentrationslager Chemna gebracht, wo er gefoltert wurde. Ein Mithilf-Häftling berichtet, mit besonderer Lust jagte man ihn bei Anbruch des Herbstes in die Wupper und überschüttete ihn dort mit Eimern eiskalten Wassers. In der Zwischenzeit wurde er weiter auch öffentlich verspottet, also hier als Wassertrinker quasi verspottet, in dem auf seine angebliche Völlerei und seinen Weingenuss Bezug genommen wurde, sowie seine korpulente Statur überzeichnet wurde. Schließlich wurde er am 7. Oktober 1933 in das Lager Bergamoor verbracht. Dort wurde er systematisch misshandelt. Vor den Augen der anderen Häftlinge wurde er in die sogenannte Folterkammer, also zwar offiziell die Kleiderkammer, gebracht und dort wiederum aufgrund seiner Statur beschämt und massiv durch Schläge misshandelt. Andere Verhöhnungen machten deutlich, dass immer auch darauf gezielt wurde, also die vermeintlich männliche Ehre der Gefangenen zu verletzen. Zitat, um Hirzifahr lächerlich zu machen, zog man ihm eine halbe Hose an, einen kurzen Rock, lange Stiefel und beschmierte sein Gesicht mit Stiefelwichse. So wurde er von Station zu Station gejagt, um sich den Mithäftlingen vorzustellen. Hirzifahrs Familie konnte schließlich durch eine Intervention des päpstlichen Nunzius in Berlin eine Freilassung erreichen. Doch er war schon so extrem misshandelt und gedemütigt worden, dass er sich von den Folgen nicht mehr erholen konnte, zumal er seine Heimatstadt Essen nicht mehr betreten durfte. Er starb am 15. Mai 1941 völlig isoliert in Berlin. Hirzifahr war alles andere als ein Einzelfall. Ähnliche Radikalisierungen von der Verleumdung bis zur Misshandlung finden wir bei vielen demokratischen Politikern der Weimarer Republik. Die Bedrohung durch strategische Lügen und vernetzte Schmähkampagnen durch lokale NS-Medien vor Ort begann häufig schon Mitte der 1920er Jahre und bereitete eben den Weg für die Akzeptanz der Gewalt nach 1933. Verhöhnung und Verspottung waren integraler Bestandteil dieser Kampagnen und mündeten in körperliche Gewalt in den frühen Konzentrationslagern. Und es traf sowohl prominente als auch jüdische PolitikerInnen besonders hart. Gewalt und Gelächter, wie Martina Kessel es gefasst hat, standen in einer engen invektiven Wechselwirkung. Ja, standen in einer engen invektiven Wechselwirkung. Da wir hier im hessischen Landtag tagen und insofern nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Politik selbst ansprechen, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, um auch ein paar ganz konkrete Überlegungen anzustellen, die sich aus der historischen Perspektive ergeben können. Wie am Beispiel des Krefelder Polizeipräsidenten Elfs gezeigt werden konnte, kann ein Angriff auf Träger der staatlichen Macht sehr effektiv über Themen gelingen, die Gesellschaften grundsätzlich polarisieren. Das war in der Weimarer Republik ganz eindeutig der Erste Weltkrieg und sein Ausgang. Also diese kriegsbezogenen Beleidigungen finden wir in den Beleidigungsverfahren zuhauf. Ein solch grundsätzliches Thema sehe ich für die aktuelle Situation nicht, aber wir haben aktuelle sensible Themen, die in schneller Folge wechseln, also von den Geflüchteten über Corona und aktuell eben der Ukraine-Krieg. Und die werden ebenfalls dazu benutzt, um gezielt zu desavouieren, bloßzustellen und die entsprechenden Milieus anzusprechen. Ähnliche Strukturen finden sich auch beim deutlichen Körperbezug der Invektiven. Eine Verhetzung, die aktuell vorwiegend, allerdings keineswegs ausschließlich Frauen betrifft. Also wer sich noch an die Sixt-Werbung erinnern kann, wo Angela Merkels Frisur benutzt wurde. Oder eben Ricarda Lang, die eigentlich eine Regenbogenfahne schwenkt und wo eben die McDonalds-Fahne dann eingefügt wurde. Und natürlich das jüngste Beispiel der Stöckel-Schuhministerin. In Anführungszeichen. Schmähungen und Beleidigungen können Gesellschaften angreifen, wenn sie drei Bedingungen erfüllen. Wenn sie strategisch eingesetzt werden, wenn sie auf populistischer Lüge beruhen und wenn sie gezielt lokal und gleichzeitig vernetzt eingesetzt werden. Gerade auf lokaler Ebene wirkt die Schmähung besonders effektiv. Also ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit die Obiquität der sozialen Medien heute diese lokale Ebene quasi ersetzt. Also da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken oder können wir vielleicht in der Diskussion dann noch mal drauf einsteigen. Ein weiteres Problem, das bei der Lektüre der Selbstzeugnisse Weimarer Politiker deutlich wird, ist, dass nicht nur die Beleidigten selbst, sondern ihre Familien ebenfalls sehr betroffen waren. In einer neuen Abwägung zwischen freier Meinungsäußerung und Beleidigung müssen wir möglicherweise stärker berücksichtigen, dass es dabei eben nicht nur um eine Kritik an den Mächtigen geht, sondern auch konkrete Körper von Menschen betrifft, deren Unversehrtheit auch durch Hassrede zur Disposition gestellt wird. Das gilt umso mehr, wenn es PolitikerInnen trifft, deren Tätigkeit nicht mit einem Mitarbeiterstab oder einem Büro verbunden ist, das sie ja zumindest ein Stück weit abschirmt, sondern wenn es um KommunalpolitikerInnen geht, die Schmähungen weitgehend schutzlos ausgesetzt sind. Hier zeigt sich inzwischen, das zeigen zahlreiche Untersuchungen, dass viele Engagierte ein kommunales Amt nicht mehr anstreben, weil sie Bedenken haben, dass Hasskommentare und Hassrede sie selbst oder ihre Familien zu sehr belasten können. Insofern reichen die Schmähungen sehr viel weiter als nur bis zu einem konkreten Amtsträger. Also da sind allerdings hier in Hessen sind die Kommunalverbände vergleichsweise weit in der Aufarbeitung und auch in der Bekämpfung dieser Schmähkampagnen. Es kann also in der Bekämpfung von Hassrede nicht nur um juristische Sanktionen gehen, sondern ergänzend müssen Schutzkonzepte entwickelt werden, die bestenfalls aus der Zivilgesellschaft selbst herauswirken. Es sollte aus diesen konkreten Maßnahmen deutlich werden, dass Hassrede uns alle trifft und dass den BürgerInnen die körperliche und physische Unversehrtheit unserer Repräsentanten wichtig ist und dass wir uns in einem symbolischen Sinne auch vor sie stellen. Vielen Dank. Sehr herzlichen Dank, Silke Fehlemann. Wenn wir jetzt keine Diskussion mehr hätten, wären wir pünktlich in der Zeit. Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch diskutieren. Wir können das, denke ich, nicht einfach so im Raum stehen lassen. Vielleicht sollten wir uns eine Diskussionsrunde gönnen und dann etwas verspätet in die Kaffeepause gehen. Aber nach zehn, 15 Minuten würde ich auf jeden Fall abbrechen, damit wir auch noch Kaffee trinken können. Ich sehe gleich zwei, drei, vier. Bitteschön. Und ich nehme mir mal gleich zwei, weil gerade sich so viele gemeldet haben. Bitteschön. Und Herr Sieg, bitteschön. Bin ich jetzt zu hören? Ja, Walter Mühlhausen. Ich habe an alle drei Fragen oder Ergänzungen. Zunächst einmal, Frau Fiedermann, es hat mir sehr gut gefallen, was Sie da ausgeführt haben. Aber ich hätte mich gewundert, dass Sie die Mitte der 20er Jahre eingesetzt haben. Die Hochzeit ist eigentlich vor den Republikschutzgesetzen und Verordnungen. Das wissen Sie aber auch. Und die Begrenzung, dass es nur die Republik Gegner gewesen seien, ist mir ein bisschen zu wenig. Denken Sie an Robert Leinert in Hannover, Philipp Schademann in Kassel, die ja dann auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus dann aus diesem Amt getragen wurden oder rausboxiert wurden. Das möchte ich ganz gern angemerkt haben. Zum zweiten Vortrag. Ja, das ist alles gefühlt. Das ist richtig. Aber es ist nicht nur ein Gefühl, was Herr Weimar ist, sondern die haben auch immer wieder konkrete Anlässe. Ich nenne den Namen Barmert, ich nenne den Sklatz, ich nenne den Sklarik und so weiter. Sie wissen das ja auch alles. Und gerade hier in Hessen, Sie kommen jetzt aus Gießen. Sie kommen ja nun aus der Hochburg des Antisemitismus im Kaiserreich. Böckel ist ja nun der bekannte Mann. Da ist ja vieles auch mitgesteppt worden. Von Gefühlen, aber auch von Erfahrungen. Die sollte man noch mal nehmen. Das Beispiel Zuckerberg fand ich gut. Das bringen Sie. Nehmen Sie bitte mal die Graphic Novel von Kate Evans über Rosa Luxemburg. Schauen Sie sich Rosa Luxemburg an, wie die gemalt ist. Dass da kein Aufstand, worum erstanden ist, ist mir klar. Geht ja um Rosa Luxemburg. Ja, das will ich noch mal anmerken. Also dieses Bild hätte ich so auch nicht veröffentlicht draußen auf dieser Graphic Novel. Ja, und dann noch ein letztes zum ersten Vortrag. Zwei Bemerkungen. Erstens, Sie haben ganz ausführlich den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebdich geschildert, aufgrund der Erkenntnisse von Klaus Gietinger, die auf den Erinnerungen von Waldemar Papst beruhen, der ja in den 60er Jahren diese Erinnerungen verkaufen wollte. Deswegen auch das Spiegelinterview. Und schließlich hat Noske mich beauftragt. Und all dieses wissen wir ja auch. Und die Erinnerungen kann man ja gut nachlesen im geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz. Dann haben Sie gesagt, das war ein Urteil von Freunden vom Papst gewesen. Nein, das war ein Militärgericht. Ein Militärgericht. Und dieses Militärgerichtsurteil ist im Oktober 1919 von der Reichsregierung bestätigt worden. Es gab zwei Leute in dieser nicht protokollierten Sitzung, die gesagt haben, wir müssen das aufrollen. Das war Mord. Aber dann hat sich die Mehrheit vor allen Dingen aus dem Zentrum durchgesetzt. Dann lassen wir das Ganze mal ruhen. Also vorsichtig mit solchen Dingen. Und was Sie dann noch gesagt haben, eine Mitläuferfabrik nach 1945. Wir sind hier in Hessen. In Hessen war diese Mitläuferfabrik nicht sehr ausgebreitet. Schauen Sie sich das Oberlandesgericht hier in Frankfurt an oder das Landgericht in Darmstadt. Das waren nicht alte Nazis, die hingekommen sind. Und da muss man noch mal genauer hinschauen. Und wenn Sie sagen, die Täter sind nicht genügend verfolgt worden. Also Sie kennen das ja auch, was mit Schulz und mit Tillissen passiert ist, die ja dann aufgrund der französischen Intervention dann doch vor ein Gericht gestellt worden sind. Sie sind beide verurteilt worden 1949-50 mit 15 und 12 Jahren. Gut, sie sind begnadigt worden gleich wieder. Aber man hat sie doch erwischt. Und in der Weimarer Republik, deswegen die zweite Hälfte 20er Jahr, das Attentat aus Schadenmann, das er nun auch jetzt 100 Jahre ist, die beiden Attentäter, Hustat und Ölschläger, sind zu zwölf Jahren verurteilt worden. Das war für ein fehlgeschlagenes Attentat schon eine ganze Menge. Sind auch begnadigt worden, aber nachdem Schadenmann dem zugestimmt hat. Also man sollte noch mal genauer hinschauen, wenn man diese Thesen weiterverbreitet und vor allen Dingen auch nach 1945. Die Leute sind wirklich auch dann nach 1945 auch aufgrund der Intervention der Amerikaner und der französischen Besatzungsmacht dann auch vor Gericht gestellt worden. Das sollte man noch zumindestens erwähnen. Wir wollen jetzt erst noch die, vielen Dank, erst noch die zweite Frage hören. Kommentierung des Kommentars. Der hessische Bauernkönig, das war Marburg, der mit acht Pferden in die Dörfer fuhr und Politik ist immer beteiligt. In Marburg war das Rathaus zwölf Jahre lang mit einem Otto-Böckel-Zimmer versehen, wo all die Archivalien aufbewahrt wurden, damit man endlich eine heiligen Legende des ersten SA-Mann der Bewegung schreibt. Und wenn heute die jüdische Gemeinde ihre Erinnerung präsentiert, zeigt sich, wie stark sich die staatliche Politik in diesem Punkt geändert hat. Ein ganz wichtiger systematischer Punkt. Man ist natürlich bei beim Antisemitismus immer in Phantasmogien. Aber die Realgeschichte prägt die Welt. Ansonsten ist irgendwann all das, was Berding und Rürup und andere geschrieben haben, nichtig. Denn man wird in jedem Jahrzehnt der deutschen Geschichte Quellen fanatischen Judenhasses aufweisen können. Aber es gibt schon eine Take-off-Phase des politischen Antisemitismus und da setzt sich auch das Wort durch. Und wie man Realgeschichte und Hassgeschichte verrechnet, ist eine kolossal schwere Aufgabe. Und ich glaube, man sollte sie sich nicht leichter machen, indem man von der Realgeschichte einiges wegnimmt. Denn es gibt ja sehr gute, handfeste Gründe, warum etwa der Antisemitismus 1919 so explosionsartig wirkt und warum er nach Herbst 1929 eine andere Dimension gewinnt. Und ich denke, das sollten wir immer vor Augen haben. Genau, dann geben wir doch jetzt den Referentinnen das Wort. Wer möchte beginnen? Die Fragen waren ja und Kommentare waren an euch drei gerichtet. Ja, ganz kurz. Das ist ganz klar, dass die Schmähungen haben deutlich früher begonnen. Wir sind in unserem Projekt, steigen wir 1924, 25 ein. Deswegen war jetzt vielleicht der Fokus auf diese Jahre und natürlich auch eine Zeitfrage. Die Schmähungen richteten sich ja nicht eben nicht gegen die Republikgegner, sondern gegen die Republiktreuen. Also ich weiß nicht, das war jetzt glaube ich ein Missverständnis. Ja, 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 also ich habe, ich habe auch einen kleinen Aufsatz geschrieben zum Modus der Unversöhnlichkeit in der Weimarer Republik. Also das war natürlich ein Unversöhnlichkeitsdiskurs in gewisser Weise, der, der da stattgefunden hat und der auch schon ganz früh begonnen hat. Also wie Frau Dietze das ja auch deutlich gemacht hat und gestern auch Dagmar Ellabrock. Also da bin ich jetzt gar nicht, können wir vielleicht in der Pause noch mal ein bisschen intensiver zu sprechen. Ja, vielen, vielen Dank für die Hinweise. Ich möchte natürlich überhaupt nicht die Realgeschichte vom Tisch fegen. Ganz im Gegenteil. Also das ist natürlich zu kurz gekommen in den 20 Minuten, die ich hatte. Mir geht es natürlich darum, also das setzt sich ja in ganz konkrete Attacken um. Und zwar schon seit dem 19. Jahrhundert gibt es zum Beispiel diese Boykottattacken natürlich. Das sind auch Gewaltattacken, die die jüdischen Geschäftsinhaber treffen. Natürlich gibt es diese, gibt es diese wirklich auch körperlichen Angriffe. Es gibt einen politischen Antisemitismus natürlich seit den spätestens 1880er, 1890er Jahren. Und Böckel ist tatsächlich, kommt aus Hessen, ist der erste antisemitische Reichstagsabgeordnete. Wir haben ihn da hingeschickt. Die Tradition steckt natürlich da drin. Und die Tradition, das ist auch das, kam heute wirklich zu kurz, was Antisemitismus so vielleicht auch so besonders macht unter den Ressentiments. Dass es eben einerseits diese Tradition gibt, die ja hunderte, tausende Jahre zurückgeht, was ich nicht gezeigt habe. Es gibt auch Beispiele, wo zum Beispiel der Warenhausjude den Warenhausinhaber ans Kreuz nagelt. Da ist auch dieser christliche Antisemitismus noch drin. Der wird da auch noch reingemengt. Und dadurch haben wir sozusagen Traditionen, die wiederum verbunden werden mit ganz aktuellen Fällen. Barmatz, Klarek, das sind große Skandalfälle in der Weimarer Republik gewesen, wo es eben auch dann um einzelne Personen ging, die als korrupt und als Bonzen und eben dargestellt oder diffamiert wurden. Also insofern verbindet sich das alles. Also vielen Dank für den Hinweis. Die sind ganz wichtig, die Traditionen. Und natürlich muss es genau darum gehen, was passiert in der Gesellschaft. Das Schwierige finde ich oder sozusagen deswegen auch, dass ich darauf gekommen bin, zu sagen, wir müssen uns vielleicht mehr mit diesen emotionalen Seiten auch beschäftigen, ist eben der Blick auf die Betroffenen, die ganz oft sagen, ich fühle, hier kommt was. Mir ist noch nichts passiert und meinem Ort ist noch nichts passiert, im Nachbarort vielleicht schon, aber ich fühle, da kommt was. Und die das ganz, ganz schwer festmachen können. Und wo auch zum Beispiel, wenn es um Boykotte geht, Historikerinnen und Historiker immer wieder fragen, aber kannst du denn sagen, wie wirksam war das denn? Mussten die ihr Geschäft aufgeben? Da denke ich immer, nein, das kann ich nicht sagen. Es war aber so, dass die Leute sich bedroht gefühlt haben. Das war sozusagen mein Argument. Und ich möchte da überhaupt keine Realgeschichte irgendwie kleiner machen, als sie sein muss. Kann man mich hören? Ja, okay. Vielen Dank für die Anmerkung. Ganz kurz, also die Quellenbasis sind nicht nur die Memoiren Papst, das ist eine breite Quellenbasis. Richtig, das war ein Militärgericht, aber tatsächlich mit Freunden von Papst besetzt, also Canaris und Flughartung. Von daher stimmt die Aussage, glaube ich, schon. Nithammer ist richtig, hat eben Mitläuferfabrik für Bayern untersucht, aber ich habe, und Hessen stand in einigem vielleicht richtig besser da, aber ich habe versucht, nicht nur für Hessen zu sprechen. Düsseldorf wäre auch wieder, Nordrhein-Westfalen, Papst hatte enge Verbindungen zum Verteidigungsministerium. Also von daher ist, glaube ich, die Tendenz schon richtig gesehen und man muss differenzieren nach Ländern. Das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, insgesamt ist die Großtendenz schon da. Sonst könnte man auch diese Entwicklungen hinterher so in dieser Form nicht feststellen. Also von daher. Ja, jetzt können wir noch zwei kurze Fragen zulassen und kurze, zwei kurze oder dann kurze Antworten. Und da hatte sich da noch jemand gemeldet und Dagmar Ellerbrock. Aber ich habe leider nicht, genau, ach ja, bitteschön und dann, Herr von Radden, Sie sind, glaube ich, dran. Oh, wir hören, wir hören Sie nicht. Einmal auf den Knopf drücken, ja. Danke. Also vielen Dank an alle drei. Ich glaube, dass ein großes Thema oder ein Bild, das sozusagen im Raum steht, ist natürlich das Bild der Weimarer Republik als Judenrepublik. Und davon ausgehen kann man einerseits irgendwie erstmal davon ganz nüchtern konstatieren, die Weimarer Republik ist der erste deutsche Staat, der wirklich eine umfassende rechtliche Gleichstellung der Juden durchsetzt. Und dann in bestimmten Bereichen hat das auch Folgen. Also der Polizeipräsident von Berlin kann jüdisch sein. Ordinarien an deutschen Universitäten jüdischer Herkunft sind vor 1914 so exotisch wie Tropenvögel am Nordpol. Das ändert sich mit den liberalen Neugründungen der Zeit um 1914, 1919, Hamburg, Frankfurt, Köln, wo dann eben Leute wie Kelsen, Kassierer, Karl Mannheim berufen werden könnten. Das ändert sich mit jüdischen Oberbürgermeistern wie Ludwig Landmann, Max Brauer und so weiter. Aber im Grunde genommen ist natürlich dahinter, das zeigen ja diese sozusagen, also sozusagen auch die Explosion des Antisemitismus, worum es eigentlich auch geht. Darauf hat der Herr Mühlhausen ja gerade hingewiesen, dass quasi bürgerliche Eliten von Anfang an sehr gezielt und auch aus antisemitischen Motiven heraus die Weimarer Republik bekämpfen und dann am Ende eben auch zerstören. Es ist ja nicht so, dass sie zugrunde geht, sondern sie wird gezielt zerstört. Und das demokratische Wunder der Nachkriegszeit ist dann, dass genau diese bürgerlichen Eliten und Kreise entweder verstummen oder ihren Frieden mit der parlamentarischen Demokratie machen. Aber sozusagen, das ist glaube ich nochmal wichtig und an diesem wahnwitzig populären Topos der Judenrepublik kann man glaube ich diese gezielte Zerstörung parlamentarischer Demokratie auch nochmal genau in den Blick nehmen und zwar auf allen möglichen Ebenen. Auch die Angriffe dann gegen diese liberalen Universitäten in all diesen Städten sind ja massiv. Das habe ich mir jetzt als Kommentar verstanden. Sag mal, Ella braucht bitte auch noch sofort. Ja, ich habe anknüpfend an Silke Fehlemann eigentlich auch einen Kommentar und eine Anregung für unsere Abschlussdiskussion. Dein letztes Bild, Silke, die Ministerin mit den Stöckelschuhen und diese Angela Merkel Karikaturen werfen ja die Frage auf, wie gehen wir damit um und müssen und sollten wir wirklich alles reglementieren. Und wir arbeiten uns in Dresden ja im Moment sehr stark an dieser Frage ab, was ist legitime Kritik, was ist auch eine Satire, die Spaß macht und die eine Demokratie auch braucht. Ja, also Demokratie braucht eben auch die scharfe Diskussion, die vielleicht auch manchmal überzogene Diskussion, die unsachlich ist. Es ist eben nicht alles rational, wenn Sie sich an Herbert Wehner oder Helmut Schmidt erinnern, da waren viele Invektiven drin, die aber der Demokratie dienen. Und darf man nicht und braucht man nicht genau solche Merkel Karikaturen? Also muss man das alles abschneiden und hat man damit nicht eine völlig sterile Diskussionskultur? Also wo können wir da die Grenze setzen? Und ich finde, das haben deine letzten Bilder nochmal sehr schön klar gemacht und da bin ich selber ratlos, also wäre froh über Input, den wir vielleicht am Ende nochmal kriegen könnten. Und noch als Kommentar und Erweiterung zu dieser Debatte, gerade um den Vortrag von Hannah Allermann, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also mir gefällt vor allem dieses Konglomerat an Gefühlen, was du dargestellt hast, was ja diese Dynamisierung nochmal hergestellt hat. Und ich glaube, diese Differenzierung zwischen Realgeschichte und Phantasmen ist ein Modell, was uns auf den Holzweg führt. Weil Planung, Ideen, Deutung, Konzepte sind immer erstmal in unseren Köpfen und nicht real, motivieren aber Menschen zu Wahlentscheidungen, zu politischen Entscheidungen. Das heißt, sie übersetzen sich in Realgeschichte, wie du es auch gesagt hast. Und meine These wäre, diese Übersetzungsleistung wird durch Emotionen geleitet. Also wir wissen aus der Entscheidungsforschung, dass Emotionen relevant sind. Ute Frewart hat es gestern nochmal dargestellt, welche Entscheidungen wir treffen. Und insofern ist, glaube ich, diese Trennung in Real und irgendetwas anderes gefährlich, sondern wir sollten eher gucken, in welcher Form ist es verschränkt und unter welchen Konstellationen realisiert es sich in welcher Form. Also welche Konstellationen fahren den Antisemitismus und den Hass runter und welche Konstellationen fahren ihn hoch. Ich glaube, das ist demokratietheoretisch und demokratiehistorisch die entscheidende Fragestellung. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe beides eher als Kommentare verstanden. Ich sei denn, ihr wollt da noch was zu sagen. Ja, bitte, Sikke Vielemann. Ja, nur ganz kurz. Also ich würde das gerne aufgreifen für die Abschlussdiskussion. Deswegen hatte ich ja diese drei Kennzeichen von zerstörerischen Schmähkampagnen. Also ich denke auch, wir müssen da irgendwie unterscheiden. Also wir können nicht jede witzige Karikatur als gefährlich sehen. Aber es sind natürlich trotzdem auf den Körper gerichtete Schmähungen, die auch kränken können im wahrsten Sinne des Wortes. Also krank machen können. Also schwierig. Entschuldigung, ich muss ganz kurz doch auch noch was sagen. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das Interessante ist ja auch, dass das Mindset, was wir haben, uns manchmal auch dazu bringt, was nicht zu tun. Und das finden wir als Historiker dann nicht mehr. Aber das ist sozusagen ja auch spannend. Und ganz kurz noch, weil also so ein bisschen, wir haben auch nach 1950 in den bürgerlichen Eliten Antisemitismus. Der ist nicht weg, auch wenn das demokratische Modell anerkannt wird. Und was ich sozusagen ganz schwierig finde, deswegen habe ich dein Argument nicht gebracht. Das klingt immer so ein bisschen, die Juden sind dann eben gleichgestellt und überall in der Gesellschaft. Und deswegen steigt der Antisemitismus. Und das ist so ein Kurzschluss, den möchte ich nie, nie, nie machen. Da sind so viele Zwischenschritte und dieser direkte Schritt Emanzipation der Juden führt zu Antisemitismus. Da möchte ich sozusagen gegenhalten. Und deswegen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist die Hochzeit der Integration, wo Juden ganz viel werden können, was sie vorher nicht werden konnten. Aber ich möchte sozusagen diesen Kurzschluss nicht machen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, damit nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Referentinnen und natürlich auch an die Diskutanten. Ich schaue so auf die Uhr. Wir haben jetzt eine gewisse Zeitschuld eingefahren, um jetzt die nachfolgenden Sektionen nicht allzu sehr zu belasten. Und ich sage, wir machen jetzt eine vier Stunde Kaffeepause. Um fünf nach zehn treffen wir uns alle wieder hier im Plenarsaal. Und jetzt können wir weiter diskutieren bei der Kaffeepause. Vielen Dank.